Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur 17. Vorlesung Nano im Wintersemester 2021-2022 und wir sind kurz vor Weihnachten, das ist die letzte Vorlesung vor der Weihnachtspause, weil am Freitag, da wäre ja der zweite Vorlesungstermin in der letzten Woche vor Weihnachten, da ist eben schon Weihnachten am 24. Deswegen Dienstag, 21.12., letzte Vorlesung vor der Weihnachtspause und am 7.1., am Freitag, das ist so ein eingeklemmter Freitag, zwischen dem Freitag, der 6., da ist ja Feiertag und dem Wochenende, da geht es aber dann weiter, also jetzt dann die Weihnachtspause, aber vorher jetzt nochmal anderthalb Stunden Vorlesung über Nano. Wir sind immer noch in diesem Kapitel Gesetze, weil Gesetze sind eben sehr, also Naturgesetze der Nanowelt sehr grundlegend und wir machen heute Full Arena und Nanotubes. Es geht also nur in dieser Doppelstunde um Kohlenstoffnanostrukturen, weil die sind eben sehr bedeutsam, letztes Mal habe ich da schon eingeführt, in der Geometrie der Nanostrukturen, also Nanostrukturen insgesamt, also Cluster und Nanostrukturen, was für Geometrien haben wir denn da, also eine Kugelgestalt eigentlich und beim Kohlenstoff, da wird es eben ganz kugelig, da gibt es die sogenannten Fullerene hier, das sind Hohlkugeln eigentlich basierend auf der Grafittstruktur. Grafitt ist eine der beiden Erscheinungsformen des Kohlenstoffs, der Grafitt besteht eigentlich so wie ein Buch aus lauter Monolagen, also atomar dünnen Schichten mit so einer Wabenstruktur, das sind diese Sechsecke des Kohlenstoffs, da hat jeder Kohlenstoff hat also drei nächste Nachbarn in der Ebene und zwischen den Ebenen haben wir nur diese schwache Van der Waals Wechselwirkung. Das ist eigentlich die stabilste Form des natürlich vorkommenden Kohlenstoffs und dann gibt es noch den Grafitt. Aber diese Ebenen, wenn man da ein kleines Nanopartikel rausstand, das wäre dann so eine Scheibe und die Scheibe hat diese Dengling-Bonds und das ist energetisch ganz ungünstig und die Lösung, keinen Rand für eine zweidimensionale Fläche, keinen Rand zu haben, ist eben eine Hohlkugel. Deswegen diese Hohlkugeln und die Hohlkugeln, da gab es den Nobelpreis für eine Hohlkugel, nämlich das C60, eine Hohlkugel-Fußball aus 60 Kohlenstoffatomen, diese Hohlkugeln, die haben die Forscher wirklich fasziniert. Und dann gibt es noch mehr interessante Nanostrukturen im Bereich des Kohlenstoffs. Also alles dieser Kohlenstoff, der eben auch bei den Nanostrukturen aus reinem Kohlenstoff sehr, sehr vielfältig ist. Und es ist ja eben aus dem gleichen Grund dieser Vielfalt eben auch das Element des Lebens. Also heute nur Foloräne und Nanotubst, also alles Kohlenstoff, Kohlenstoff, Nanostrukturen, alles immer noch geometrische Struktur, geometrische Strukturen, dann kommt elektronische Struktur, dann machen wir dann aber eher Metall- und Halbleitercluster. Das kommt dann auch noch, alles Naturgesetze und danach dann die Werkzeuge. Ich muss mal, glaube ich, jetzt ein bisschen voran machen, dass wir das auch alles schaffen im Wintersemester. Hier nochmal die Folie, die ich schon letztes Mal gezeigt habe, die beiden wichtigsten Erscheinungsformen, auch natürlich vorkommend. Hier diese beiden Bilder aus Wikipedia, das wäre der Graphit, kann man also Graphit-Kristalle, reiner Kohlenstoff ist das, eben in dieser Blattstruktur findet man in der Natur und auch die Diamanten natürlich. Kann man inzwischen auch künstlich herstellen. Es ist die stabile Form des Kohlenstoffs Diamant unter sehr hohem Druck, allerdings eben extrem hohen Druck, weil die Dichte ist ein bisschen geringer als, ein bisschen höher, also die Kohlenstoffatome rücken enger zusammen im Diamanten. Das ist diese Diamantstruktur hier, also jedes Kohlenstoffatom hier in diesem Wackelbild von Wikipedia hat eben vier Nachbarn und da ist die Dichte ein bisschen höher, deswegen, wenn man Kohlenstoff, also Graphit, unter sehr hohen Druck setzt, dann formt er sich im Laufe der Zeit, dauert ein bisschen, oder man muss eben heiß machen oder sowas, formt er sich in Diamant um. Aber unter Normalbedingungen ist das die stabilste Struktur. Das sind eben diese wabenförmigen Ebenen hier, die untereinander nur Van der Waals gebunden sind und deswegen ist Graphit eben ein Schmiermittel, weil die einzelnen Blättchen leicht gegeneinander verschiebbar sind. Es ist übrigens Graphit auch elektronisch ganz anders, ein elektrischer Leiter, kann man auch ausprobieren, wenn man ein Graphit-Kristall hat, das kann man auch kaufen oder man findet es in der Natur, hält mit den beiden Spitzen eines Widerstandsmessinstruments, eines Ohmmeters, da dran findet man 0 Ohm, es ist ein elektrischer Leiter, wenn auch kein besonders guter. Und hier haben wir nochmal die Dichte, die ist eben sehr hoch im Diamant, deswegen ist es die stabile Form unter sehr, sehr hohen Drücken, aber es sind wirklich extreme Drücke, sonst könnte man ja relativ leicht selber Diamanten aus Ruß, also bestimmte Formen aus Ruß sind eigentlich reiner Kohlenstoff und wenn man den unter Druck setzt, dann wandelt er sich um in Diamant. Wäre eine ganz interessante Methode, Diamante herzustellen, aber der Druck ist eben doch ein bisschen sehr hoch, das kriegt man nicht hin. Ich weiß nicht, wie viel Bar es sind, also jede Menge Bar. Dann haben wir Graphit mit einer geringeren Dichte und jetzt gibt es eben neue allerhand Erscheinungsformen auf der Basis dieser Fullerene, der Hohlkugeln, da gibt es verschiedene große Hohlkugeln, wie bei Luftballons gibt es ja kleine und große und eine Hohlkugel hat es zum Nobelpreis geschafft, die ist eben sehr, sehr stabil, relativ zu den anderen Hohlkugeln und das ist C60 und aus diesen C60-Kugeln kann man ein Kristall kondensieren, das ist dann eine dritte Erscheinungsform des Kohlenstoffs, weil man hat dann auch ein Kristall aus lauter so Hohlkugeln und reiner Kohlenstoff und Festkörper mit ganz anderen Eigenschaften, die Dichte ist noch geringer, Hohlkugel kann man einsehen und es ist ein Halbleiter mit 1,5 E-Volt Bandlücke, also 1 E-Volt hat Silizium, das heißt durchaus vergleichbar zu den bekannten Halbleitern eben, die man so kennt, allen voran Silizium, 0 E-Volt, Bandlücke heißt es ist ein elektrischer Leiter, das ist das Graphit und Diamant, sehen wir, kann man durchgucken, das heißt, wenn man durchgucken kann, ist es natürlich ein Isolator für gewöhnlich, also mit einer großen Bandlücke, also auch keine halbleitenden Eigenschaften, also elektronisch total unterschiedlich und hier sehen wir an diesem Beispiel der Festkörper, da den Zusammenhang zwischen geometrischer Struktur und elektronischer Struktur, die sind nicht unabhängig voneinander, denn insbesondere Graphit und Diamant unterscheiden sich ja lediglich in der geometrischen Grundstruktur und trotzdem sind sie elektronisch wie auch optisch vollkommen unterschiedlich. Ja und hier haben wir eben die entsprechenden Atomabstände und hier sehr auffällig eben der große Ebenenabstand zwischen den Graphitebenen, die sind eben nur Van der Waals, also ganz schwach gebunden, 6,7 Angströmen und das führt eben dann auch zu der geringen Dichte und auch hier eben die Hohlkugeln, Durchmesser 1 Nanometer oder 10 Angströmen und hier eben die einzelnen Abstände innerhalb dieses Fußballs. Hier ist der Fußball, da gibt es zwei verschiedene Abstände, weil wir 5-Ecke und 6-Ecke da drin haben und die 5-Ecke, die brauchen wir um die Graphitebene, die eigentlich aus lauter, so eine Wabenstruktur aus lauter 6-Ecken besteht, um dich zu krümmen. Also ein 5-Eck macht so einen Knick in die Ebene, dann haben wir so eine kleine Pyramidenstruktur und 12 5-Ecke machen raumwinkelmäßig dann eine Krümmung, die insgesamt für eine Kugel genügt und deswegen haben all diese Fullerene, also nicht nur C60, auch C70 und C84 und was da alles gibt, die haben immer 12 5-Ecke. Ja und die kann man auch noch dotieren, weil es ja ein Halbleiter ist. Das Zeug ist als Festkörper, wenn ich die Kugeln kondensiere in so einem Kristall, dann hat das Ding halbleitende Eigenschaften und Halbleiter will man dann eben dotieren. Dann kann man damit Halbleiter-Bauelemente bauen oder Solarzellen oder sonst was und die kann man auf drei verschiedene Arten dotieren. Ich kann was reintun, das wollte man natürlich gleich, als man die Hohlkugeln entdeckt hat, dachte man sich, okay, da kann ich jetzt Atome reinpacken, mal gucken, was passiert. Die sind dann eingesperrt in dem Käfig. Oder ich baue ein Fremdatom in die Hülle ein, statt eines Kohlenstoffatoms, das nennt man dann in der Wand, da gibt es jetzt keinen extra Ausdruck für. Drinnen heißt Endohedral, also drinnen und Exohedral heißt zwischen den Kugeln. Und zwischen den Kugeln gibt es dann auch die Möglichkeit, mit Alkaliatomen zu dotieren und dann wird es ein Supraleiter, der eine relativ hohe, keine besonders hohe, aber eine relativ hohe Sprungtemperatur hat. Also eine große Vielfalt neuer Materialien, nachdem eben dieses C60 als erstes stabilstes Fulleren entdeckt wurde, die sich eröffnet hat, um damit zu spielen. Um damit, also spielen, ja, okay, es ist Forschung und hat auch Konsequenzen in der Anwendung, aber die Forscher haben voller Begeisterung sich auf diese Vielfalt an Kohlenstoffnanostrukturen gestürzt, nach dieser Entdeckung hier, Ende des letzten Jahrtausends war das, also in den, ich weiß nicht wann das genau war, Ende der 90er Jahre, 1995 oder 99 und über die 2000er und 2010er Jahre gab es dann jede Menge Publikationen mit allen möglichen Erscheinungsformen, basierend auf diesen Fullerenen, auf den Hohlkugeln. Ja, also Fullerenen jetzt mal ganz allgemein. Krümmung der Grafitebene durch Fünfecke, habe ich gerade erklärt. Zwölf Fünfecke geben insgesamt genug Krümmung, um eine Kugel zu machen. Das heißt, alle Fullerenen, wie hier übrigens schön gezeigt, in diesem Computermodell hier eines C540 Clusters, also der Index hier ist die Zahl der Atome in diesem Cluster, würde man schon fast Nanopartikel nennen, weil also ab 1000 ist es dann nicht mehr so wichtig, ob man ein Atom mehr oder weniger hat und die Grenzlinie zwischen Nanopartikeln und Clustern ist, dass die Cluster so klein sind, dass jedes zusätzliche Atom einen Unterschied in den elektronischen und geometrischen Eigenschaften macht. Also C60, C61, C62, die unterscheiden sich ganz stark, aber bei C540 würde ich jetzt nicht denken, dass das so ein Riesenunterschied ist gegenüber C541. Das ist dann nicht mehr so schön symmetrisch, da ist eben ein zusätzliches Atom eingebaut, Kohlenstoffatom, ein bisschen krumm irgendwo, aber keine großartigen anderen Eigenschaften. Das ist eine große Hohlkugel und man sieht hier, dass es dann eigentlich so groß ist, dass wir haben immer noch diese Zwölf Fünfecke als Grundbauprinzip und dazwischen werden diese Grafitebenen, die dann flach sind, immer größer. Das heißt, das wird eigentlich so ein Kristallin mit flachen Facetten, also das ist eine reine Wabenstruktur, wie hier in der Frontfacette zu erkennen und dann eben diese Zwölf Fünfecke, die insgesamt diese Krümmung zu Kugel verursachen. Und diese elektronischen und optischen und sonstigen Eigenschaften für diese immer größer werdenden Fullerene, die nähern sich dann immer mehr dem Grafit an. Also alle Fullerene, jedenfalls die normalen, es gibt natürlich irgendwelche krummen, irgendwas Unkristallines, nicht Stabiles, aber die Grundzustandsstruktur eines Fullerens ist erstmal immer eine gerade Zahl von Kohlenstoffatomen und gerade Zahlen von Kohlenstoffatomen, das haut irgendwie nicht hin mit den Sechsecken und Fünfecken. Also für einen Fulleren braucht man eine gerade Zahl von Kohlenstoffatomen. Jetzt kann man sich fragen, es gibt ja C61, was hat das denn für eine Struktur? Typischerweise sitzt das zusätzliche Kohlenstoffatom auf diesen ganz kleinen Fulleren einfach auf der Oberfläche des Fulleren zusätzlich. Das ist natürlich dann ganz locker nur gebunden. Das ist ja diese Van der Waals-Bindung zwischen den einzelnen Ebenen der Fullerene. Also wir haben eine gerade Zahl von Kohlenstoffatomen, daran erkennt man auch in einem Massenspektrum, dass man Fullerene erzeugt hat, weil man nur Peaks hat, also Intensität, für gradzahlige Anzahlen von Kohlenstoffatomen. Das zeige ich dann gleich. So, nur gerade Zahl von C-Atomen, Zahl der Sechsecke variiert, also immer größer werden, die müssen auch nicht unbedingt so symmetrisch sein. Das ist halt die Grundzustandsstruktur für eine gegebene Zahl von gradzahligen Anzahl von Kohlenstoffatomen, ist das der Grundzustand. Das kann aber auch so schief sein, dass Facetten größer und kleiner sind, das muss nicht so symmetrisch sein. Das wäre aber der energetisch stabilste Zustand, jedenfalls theoretisch. Und dann gibt es die Isolated Pentagon Rule, ab C60 berühren sich die Fünfecke nicht mehr. Die Fünfecke sind ja eine Verzerrung dieser Grafitebene aus diesen lauter Waben. Und die Fünfecke, wenn die auch noch aneinander angrenzen, also direkt benachbart sind, dann ist das energetisch ungünstig, weil das eine zu starke Verzerrung oder Abweichung ist von der eigentlich stabilen Wabenstruktur der Grafitebene. Deswegen gibt es die sogenannte Isolated Pentagon Rule. Ein Fuller-Ring ist dann stabil, wenn sich die Fünferringe nicht direkt berühren, sondern Sechserring mindestens einer dazwischen ist. Und die sind dann stabiler. Und deswegen ist C60 auch außergewöhnlich stabil. Nicht nur deswegen, hat er auch elektronische Gründe, aber deswegen, weil das kleinste Fuller-Ring ist, in dem sich die Fünfecke nicht berühren müssen. Wenn ich noch weniger Kohlenstoffatome habe, um eine Hohlkugel zu machen, müssen sich Fünfecke direkt berühren. Haben also gemeinsame Seitenkanten. Und das ist energetisch ungünstig. Ja, C20 ist dann theoretisch, und das war lange umstritten, ob es das kleinstmögliche Fuller-Ring gibt. Das besteht nur aus Fünfecken. Und ich hatte ja schon gesagt, das ist eine Verspannung der eigentlich stabilen Grafitebene. Wenn wir jetzt nur Fünfecke haben, dann haben wir nur Verspannungen. Und das ist dann eben ein ganz verspannter Cluster. Und das könnte sein, dass es den gar nicht gibt. Aber das bringe ich dann gleich, was es mit dem C20 auf sich hat. Und C32 ist jedenfalls das kleinste, stabile Fuller-Ring. Um das nur ausgerechnet 32 ist. Da kann man sich auch wieder überlegen. Aber wenn man Fuller-Ring herstellt, dann kann man die auch kleiner machen, indem man die so bestrahlt mit schnellen Elektronen oder so was. Und dann dampfen die Kohlenstoffatome ab und die machen so ein Shrinking. Also sie schrumpfen. Und sie schrumpfen bis 32 und dann Schluss. 32 ist das kleinste, im normalen Experimenten herstellbare Fuller-Ring. C32. Ja, da haben wir allerdings immer noch ein paar Sechsecke drin. Das sind nicht bloß Fünfecke. Und ob bloß Fünfecke C20 stabil ist, also wenn überhaupt, dann ist es eben hochgradig instabil. Die Frage ist, ob es metastabil ist. Ob man es überhaupt herstellen kann. Unter speziellen Bedingungen. Jetzt wäre die Frage, warum die Biester überhaupt Fuller-Ring heißen. Und das kommt von Buckminster Fuller-Ring. Oder Fuller heißt er. Buckminster, also Richard Buckminster Fuller. Hier hat es sogar zu einer Briefmarke geschafft in den USA und hat in den USA gelebt und ist ein Architekt, Konstrukteur, Designer, Philosoph und Schriftsteller. Und er ist bekannt hier, also ist ein führender Vertreter, steht hier auf der Wikipedia-Seite, einer biomorphen Architektur. Und biomorph heißt, dass man naturgegebene Strukturen, also Strukturen, Bauprinzipien, die man in der belebten Natur findet, die will man nachbauen. Und ein Ding ist, das sieht man hier auch an seiner Gehirnkapsel, ja, seiner Stirnfläche, das sind eben diese Fünfer- und Sechserringe. Und er hat da immer einen, ja, hat also so eine Krümmung hingekriegt. Und das findet man hier. Hier hat man diese Fünferringe. Das ist so eine Kuppel hier, von diesem, also nachempfunden, nach diesem Architekten, Buckminster Fuller, aus dem Jahr 1978. 1978, da stammt dieses Foto hier, aufgestellt, nee, nein, aus dem Jahr 1978, aufgestellt 2000, auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein. Das ist so ein Designer-Ding, das Vitra Campus. Und da sieht man, dass man kriegt also hier aus Sechsecken und Fünfecken, ähnlich wie beim normalen Fußball, kriegt man also so eine gekrümmte Fläche hin und kann damit Kuppeln bauen. Und das hat dieser Buckminster Fuller, der hat das so erfunden oder jedenfalls stark propagiert. Und deswegen heißen diese Kohlenstoff-Hohlkugeln, nicht Kohlenstoff, sondern Kohlenstoff-Hohlkugeln, die heißen Fullerene nach seinem Nachnamen. Oder auch Bucky Balls, weil ich glaube, sein Spitzname von diesem Richard Buckminster Fuller, der war eben auch Bucky. Und so heißen diese Dinger, diese Kohlenstoff-Cluster, die heißen auch gerne Bucky Balls. Ja, und ist das denn jetzt wirklich alles richtig? Jetzt will man sich die Dinger mal angucken. Und eines der ersten Experimente, als dann dieses C60 als reines Material zur Verfügung stand, ist ein Pulver, kann man kaufen, sublimiert bei ein paar hundert Grad Celsius, kann man das also verdampfen. Und dann hat man diese Hohlkugeln, die hat man dann da rumschwirren im Vakuum oder auch im Helium-Schutzgas-Atmosphäre. Und man kann sie irgendwo aufdampfen. Und wenn man sie aufdampft, auf einer Oberfläche, dann kann man sie zum Beispiel mit einem Mikroskop, also irgendein Mikroskop mit Nanometer-Auflösung, also kein optisches Mikroskop, sondern zum Beispiel mit einem Raster-Tunnel-Mikroskop angucken. Und das wurde hier gemacht. Das ist also eine Veröffentlichung. Sehr viel später heißt hier eigentliche Entdeckung. Hier steht gar nicht, wo haben wir das? Jahr 2020. Ja, da habe ich mal eine recht aktuelle Publikation genommen. Zumindest steht hier 2020 in AIP-Advances, also so ein Übersichtsartikel ist das eigentlich. Und wir sehen hier eine Aufnahme eines Raster-Tunnel-Mikroskops. Das hatte ich schon mal beschrieben. Das Mikroskop basiert auf dem Tunneleffekt. Da wird der Strom konstant gehalten, der über den Tunneleffekt, über diese Lücke zwischen einer Spitze, die die Oberfläche abrastert, und der Leitfähigen, muss leitfähig sein, der Probe. Und C60-Material ist ja eigentlich ein Halbleiter. Aber wenn die Schicht dünn genug ist und da drunter eine Metallschicht oder irgendwas Leitfähiges ist, dann kann man damit auch Raster-Tunnel-Mikroskopie betreiben. Da fließt eben was durch. Und wir haben hier eine Tunnelspannung von 2 Volt, also einfach zwischen der Spitze, die mit Pezzokristallen eben Nanometer genau positioniert werden kann. Da haben wir 2 Volt und der Unterlage. Und durch dieses Tunnel-Gap, also den Abstand der Spitze vom Substrat, das ist eben auch im 1-Nanometer-Bereich, da haben wir dann bei dieser Voltage und dem entsprechenden Abstand haben wir 20 Picoampere fließen. Wenn ich jetzt die Spitze bei gleicher Spannung, die ich an die Spitze anlege, gegenüber dem Substrat näher ranfahre, dann würde dieser Tunnelstrom hier exponentiell steigen. Aber die Spitze wird auf konstanten Abstand gehalten, indem ich diesen Strom konstant halte. Also der Pezzo, der den Abstand definiert von der Spitze zum Substrat, der wird geregelt mit dem Strom und der bleibt eben konstant. Das ist der normale Modus des Abrasterns der Topografie, also der geometrischen Struktur der Oberfläche. Und hier sieht man, also wir haben die Autoren freundlicherweise drangemalt, das ist als Grundlage ist HOPG, das ist Graphit, also genau diese Super-Ebenen, Graphit, also Buchseiten sind das, und das ist atomar flach. Also das ist ein super Substrat, das heißt, die Spitze hat da kein Problem, da drüber zu rastern, weil es eben super flach ist. Da würde man auch bei hoher Auflösung die atomare Struktur sehen können, diese Graphit-Wabenstruktur. Und da drauf aufgedampft hat man eben C60 und jetzt wächst das in solchen, ja eigentlich Kristalllagen, aber immer Monolagen nennt man das. Die Kullern liegen sehr gleichmäßig nebeneinander, werden wir gleich sehen. und wenn ich mehr aufdampfe, also wenn ich wenig aufdampfe, dann liegen sie alle unmittelbar auf dem Graphit, so wie wenn ich Stahlkügelchen auf eine Tischoberfläche lege, dann kann ich die so zusammenscharen, dann bilden die auch solche 6-Asymmetrien. Immer eine Zentralkugel und 6 drumherum in der Ebene und das machen diese Kullern auch auf dem Graphit und die ziehen sich gegenseitig an, sodass sie eben solche Inseln bilden. Und das ist also erstmal Monolagenwachstum und wenn die Monolage voll ist, dann wächst da drauf die nächste Monolage. Deswegen sieht man hier also diese Zahlen, First Layer, Second Layer, Third Layer, das heißt, dass es so ein Schichtwachstum gibt, je nachdem wie zufällig da die C60s aufprasseln und wenn man das jetzt noch ein bisschen erhitzen würde, dann würden sich wahrscheinlich diese freien Flächen hier vom Graphit schließen und die erste Monolage wäre dann geschlossen. Hängt von der Depositionstemperatur ab, ob sich das System dann möglichst so ernielt, also dass man erstmal wirklich ein perfektes Schichtlagenwachstum bekommt. Das haben wir hier nicht. Hier haben wir also immerhin, also dass die Kugeln in einer Lage schon zusammenhängen, in Inseln, aber das Inselwachstum ist ungleichmäßig. Es gibt hier also schon die dritte Lage, obwohl das HOPG an einigen Stellen, also das Substrat, die Unterlage ist noch frei. Also Kugeln, Starke Kugeln auf dem Tisch würden das nicht machen. Die würden alle erstmal auf den Tisch runterploppen und dann nebeneinander liegen, bis der Tisch, wenn ich da einen Rand drumrum mache, bis der voll ist und dann keine Kugel mehr in die unterste Lage passt und dann erst würde die nächste Lage beginnen zu wachsen. Das liegt aber daran, dass diese Stahlkugeln eben in meinem Gedankenexperiment eben sehr locker gebunden sind, dass sie erstmal alle runterploppen durch die Gravitation. Das ist hier nicht so. Die sind also einigermaßen stark miteinander gebunden, also Inselwachstum, aber ungleichmäßiges, trotzdem aber dominierend, ist hier erstmal das Lage-für-Lage-Wachstum, wenn auch nicht perfekt. Jetzt können wir mit unserem Raster-Tunnel-Mikroskop hier in dieses grüne Viereck reinzoomen, schrauben also die Auflösung hoch. Das ist einfach nur, dass man langsamer rastert. Also die Spitze fährt nicht mehr so einen großen Bereich ab hier. Das sind einige hundert Nanometer. Für ein Raster-Tunnel-Mikroskop ist das ein Riesenbereich, kann es aber. Also die Spitze wird da. Gott weiß, wie ich hin und her gefahren bin. Ein 100 Nanometer hört sich jetzt wenig an, aber für so ein Raster-Tunnel-Mikroskop ist ein Mikrometer, also 10 mal 100 Nanometer, das ist schon so praktisch der maximale Scan-Bereich. Dann eiert das schon ganz schön hin und her mit den Piezos. Ich kann aber auch einen feinen Bereich abrastern von 10 Nanometern und mir das genau angucken. Dann kann ich auch langsam rastern, also langsam drüber fahren. Und dann sehe ich hier die Kulern. Das sind die Kulern. Also hier immer noch, wir sind mit der Spannung ein bisschen runtergegangen, 1,1 Volt. Um dann den gleichen Strom, hatten wir gerade auch, 20 Picoampere, um den gleichen Strom zu haben, muss die Spitze näher ran. Also geringere Spannung, gleicher Strom, das bedeutet, die Spitze fährt näher ran, um das hinzukriegen. Und das muss ihr auch, damit sie die Feinstruktur, das sieht ja erstmal total glatt aus, also wie Stahlkugeln auf meinem Tisch. Wenn ich da nicht genau hingucke, sieht das aus wie eine flache Tischplatte. Erst wenn ich genau hingucke, sehe ich, dass das lauter Kulern sind, die nebeneinander liegen und meine Spitze, die rastert jetzt jede einzelne Kugel ab. Und dann sehe ich die Modulation. Hell bedeutet, es guckt nach vorne, also es piekt aus der Oberfläche raus und dunkel in diesem Farbcode hier bedeutet diesen Zwischenraum zwischen benachbarten Kugeln. Der Farbcode ist also nur eine Höheninformation. Also wenn ich bunte Aufnahmen in Publikationen mit Rastertunnel-Mikroskopen sehe oder auch mit Elektronen-Mikroskopen, das ist ein bisschen ein anderes Prinzip, dann ist das koloriert. Es gibt keine Farbinformation in diesen Elektronen-Mikroskopen. Es gibt keine Farbe, es sind ja Elektronen, die haben sowieso keine Farbe, sondern es ist eine Höheninformation. Die kann man dann mal schön kolorieren, wenn man das also rausarbeiten will, was man da sieht. Also kann man mit Pinsel, also im Computer, kann man da drüber pinseln nicht. Aber die Information ist nicht echt. Es gibt keine Farbinformation. Hier haben die eben dieses, ja, so Kohlenstoff-Rötlich-Braune haben die genommen. Ja, aber tatsächlich ist es ein graues, graues Bild. Okay, und hier ist die Skala eben 5 Nanometer und da sieht man, das ist eine so eine Kula eben, wie wir es erwartet haben. Also es hat die Theorie ja schon produziert. Durchmesser 1 Nanometer, 10 Angstdrücken. Also wahrhafte Nanomaterialien hier eben C60, reine Erscheinungsform des Kohlenstoffs. Jetzt kann ich ja noch weiter reinzoomen und das ist eine andere Publikation hier unten, The Journal of Schemmecke Physics hier von, wo haben wir jetzt die Jahreszahl? Die fehlt jetzt wieder. Ja, die steht irgendwo. Da wurde also da mit höchster Auflösung gearbeitet, dass die Spitze versucht, auch noch die innere Struktur der C60 zu sehen. Und das sehen wir hier in diesen Computermodellen. Wir haben hier 5 Ecke und 6 Ecke und ich kann nicht die einzelnen Kohlenstoffatome sehen, weil dieses Rastertunnelmikroskop sieht ja die Elektronendichte. Ja, also da, wo es rein tunnelt in freie Orbitale, wo der Strom lang fließt, das sieht nicht die Atomkerne. Die Atomkerne, das ist ja das, was die Computer positionieren hier, da sitzt der Atomkern genau an so einer Ecke vom 5 Ecken. Das kann ich aber nicht sehen. Ich sehe diese verschwommenen Elektronenorbitale und die sind aufgrund der Quantenmechanik prinzipiell verschwommen. Was ich aber sehen kann, ist, dass ich hier an den 5 Ecken, da habe ich eine höhere Elektronendichte oder sagen wir mal eine bessere Leitfähigkeit, weil es eben eine Verzerrung der Grafittebene ist und die erscheinen in diesem Farbcode heller, weil die Spitze ein Stück zurückfährt, weil plötzlich der Stromfluss über einem 5 Ecke größer wird. Das guckt nicht wirklich raus. Es ist ja, nach dem, wie wir das verstehen, im C60 ist eine perfekte Kugel, das ist nicht höher und tiefer, aber dadurch, dass es eine verzerrte elektronische Struktur auch an der Stelle des 5 Ecken hat, erscheint es, als würde es rauspieken und das bedeutet hier einen hell-dunkel Kontrast. Die 6 Ecke sind ein bisschen dunkler und die 5 Ecke ein bisschen heller. Das heißt, wenn ich ein 5 Ecke wie hier genau nach vorne gucken habe, also meine Kula in dieser Monolage, also ist auch eine Monolage, ist glaube ich eine andere Unterlage, aber jedenfalls eine Monolage C60, also Kulern, die auf einer flachen Unterlage liegen und ein 5 Ecke, guck gerade nach oben, dann sehe ich in der Mitte so einen hellen Fleck hier mit dem Raster-Tunnel-Mikroskop. Und wir sehen auch hier in diesem Bild, dass alle diese C60s ein bisschen unterschiedlich aussehen und das liegt daran, dass sie unterschiedliche Orientierungen haben. Und die wesentlichen Orientierungen hier, die da vorkommen, sind hier dargestellt. Zum Beispiel, wenn eben 2 6 Ecke genau nach vorne gucken, dann kriege ich hier so eine dreieckige Struktur von diesen 3 5 Ecken, die diese 2 6 Ecke hier umgeben. Dann sehe ich so eine Struktur. Und so kann man also diese etwas verschwommenen, hell-dunkel Kontraste der ganzen Kulern, die unterschiedlich orientiert in der Ebene liegen, ist eigentlich erstmal egal, wie sie liegen. Allerdings muss das bei so niedriger Temperatur hier passieren, dass sie nicht wegen der Temperatur von sich aus rotieren. Also bei Raumtemperatur rotieren die, dann würde man das nicht sehen. Man muss das schon bei so niedriger Temperatur machen, dass sie nicht rotieren, sondern fest eingeloggt sind. Also das bei ausreichend niedriger Temperatur, deutlich unter Raumtemperatur, rotieren die Viecher nicht. Und dann sehe ich eben, je nachdem, wie sie gerade so eingerastet sind, bei einer niedrigen Temperatur, sehe ich immerhin die 5 Ecke als ein bisschen heller im Kontrast auf der Oberfläche dieser C60s. Und da kann man eben dann noch ein bisschen besser überprüfen, ob diese ganze Modellvorstellung vom C60 mit dem Fünferring, das ist ja Theorie, kann ja sein, dass das gar nicht stimmt. Aber es stimmt eben. Man kann es, soweit es geht, mit diesen Mikroskopen, wir sehen schon, das ist eben an der Grenze, was man überhaupt sichtbar machen kann. Aber wir können das dann überprüfen und das stimmt dann eben doch mit allen Experimenten gut überall. Ja, und es gibt eben ein ganzes Buch, das ist schon ein bisschen älter. Also ich habe jetzt die bibliografischen Daten habe ich nicht aufgeschrieben. Ich denke, es war so um 2000 herum erschien das, Dresselhaus, Dresselhaus und Eklund, die haben hier als drei Autoren also ein ganzes Buch, das ist so ein dickes Buch, also es ist ein richtig dickes Buch und es geht nur um Kohlenstoffnanostrukturen, Fullerene und Carbon-Nanotubes. Es gibt ja noch mehr Kohlenstoffnanostrukturen wie das Graphen, da gab es auch noch mal den Nobelpreis, das ist da noch nicht mal drin. Ein dickes Buch nur über Cluster und Nanostrukturen aus Kohlenstoff und vor allen Dingen eben ganz berühmt hier prominent das C60 oder der C60-Fußball. Jetzt würde ich gerne einen kleinen Einschub machen hier an dieser Stelle und zwar, jetzt wollen wir mal diese Kohlenstoffnanotubes wirklich selber herstellen. Also jetzt nicht hier in meinem Videostudio, sondern im Kopf. Wie macht man das denn? Also wie erzeuge ich denn diese C60s? Ich weiß, die gibt es, kann ich ja nachlesen und jetzt will ich die aber selber machen. Ich habe jetzt meinetwegen so ein, kaufen wir ein Stück Kohle. Graphit hat einen hohen Kohlenstoffanteil, 90% oder noch mehr. Aber ich kann sogar Reinstkohlenstoff in Form von Graphit, also Highly Oriented Poly, Polydingster, Polylytik oder so ähnlich, HOPG heißt das. Ich weiß gar nicht genau, was die Abkürzung bedeutet. Auf jeden Fall kann ich mir ein Einkristall kaufen aus Graphit, HOPG Einkristall, so ein kleines Ding, reiner Kohlenstoff und zwar in Graphitform, praktisch perfekt, sogar als Einkristall, lauter so Ebenen wie ein Buch. Ja und wie mache ich denn daraus jetzt meine C60, wenn ich die herstellen will. Ich kann natürlich C60s heute jetzt, im Jahr 2021, kann ich einfach kaufen. Kostet irgendwie gar nicht mal so teuer, weiß ich nicht, bei 100 Euro oder was, dann kann ich mir so ein Pulver kaufen. Aber nehmen wir mal an, wir sind in der Zeit, da wurde das gerade entdeckt und ich will das jetzt herstellen. Wie stelle ich das Zeug her oder wie wird es denn jetzt industriell hergestellt? Und das gilt eigentlich für alle Nanostrukturen. Das Prinzip ist das gleiche wie bei Nebel oder bei Regen. Ich habe ein Trägergas und darin eben atomar die Substanz, die ich zu klastern machen will. Und das wäre eben bei Luft, also Trägergas ist dann Stickstoff und Sauerstoff, wäre das Wasserdampf. Also Luft löst ja zum gewissen Teil Wasserdampf, aber wenn ich die Lösung übersättige, das heißt, ich habe zu viel Wasserdampf drin oder ich senke die Temperatur, dann kondensiert der Wasserdampf erstens zu sehr feinen Nebeltröpfchen und später, wenn man es länger kondensieren lässt oder eben die Temperatur absenkt zu größeren Tropfen bis hin zu Wassertropfen, die ich dann auch richtig sehen kann. Und das ist dasselbe Prinzip, was ich mit Kohlenstoff, Nanotür, also mit allen möglichen Clustern und Nanopartikeln machen kann. Ich nehme, also in der Gasphase, das geht übrigens auch in Flüssigkeit, also in Lösungen, Kondensation von Monomeren. Monomeren ist ja allgemeiner Ausdruck für die Grundeinheiten. Also bei Argonclustern ist die Grundeinheit einfach ein Argonatom. Sorry. Und bei Natriumchlorid wäre es eben Natriumchloridmolekül, wäre die Grundeinheit für Natriumchlorid, also ein Salzkristall. Jetzt verdampfe ich das Zeug, dann habe ich lauter Monomere in einem Trägergas und was wir eben gerne nehmen, wenn wir sehr saubere Bedingungen haben wollen, ist Helium. Weil Helium ist ein Inerdgas, das reagiert nicht chemisch mit dem, was auch immer ich da auflösen möchte oder zu Clustern formen will, da kann ich auch Natrium drin verdampfen, das ging jetzt in Luft nicht, weil es sofort oxidiert. Also Helium als Trägergas. Und dann kühle ich das ab oder mache die Konzentration höher, beides geht, dann haben wir hohe Konzentration, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit kommt es ja zum Regen. Oder ich kühle es ab, das ist wieder Morgennebel, da ist eben besonders kalt am frühen Morgen, da kondensiert mein Wasserdampf eben auch zu Nebel und das tut mein Teilchen auch, hohe Konzentration und oder ich senke die Temperatur ab und dann clustern diese Dinger zusammen oder kondensieren in Dimere, Trimere oder auch größere Objekte. Und dann hängt es von den Kondensationsbedingungen ab, wie groß diese Biester werden. Also Zeit ist ein Faktor, weil sie wachsen, das ist ein Wachstumsprozess, es lagern sich immer mehr Monomere an, dann werden sie größer. Und die Bedingungen, also wie viele Monomere habe ich denn, wenn ich in meinem Trägergas ganz viele Monomere haben, dann kriege ich eben bei gleicher Zeitspanne des Wachstums viel größere Cluster und Nanopartikel. Das gleiche, ja es geht also in Lösungen, genauso brauche ich eben ein Lösungsmittel, was möglichst nicht mit den Monomeren reagiert und dann kann ich das eben so kondensieren lassen. Das geht ja auch bei Salzwasser, wenn ich ein Salzwasser mit sehr hoher Salzkonzentration habe, dann fallen unten am Boden meines Gefäßes, fällt Salz aus und bildet solche Salzkristalle. Das ist dasselbe und die sind allerdings am Boden, weil Salzkristalle halt schwerer sind als mein Salzwasser und deswegen liegen sie am Boden. Hier in der Gasphase, in unseren Experimenten mit Helium, da spielt die Gravitation keine Rolle, weil das geht alles super schnell. Also dieser ganze Prozess hier im Labor, wenn wir Cluster erzeugen, der geschieht in Millisekunden, da fällt nichts runter, weil es viel zu kurze Zeiten sind. Aber es würde natürlich sonst runterfallen, wenn man dem System mehr Zeit gäbe. Und auf einer Oberfläche, da kann ich also auch was aufdampfen und meistens sind auch solchen In-Erd-Oberflächen, wie eben der Grafit-Oberfläche, wenn ich da zum Beispiel Kupfer oder Gold aufdampfe, also Metalldampf, dann sind diese Atome auf dieser sehr glatten Oberfläche mobil bei Raumtemperatur, die eiern da so rum. Und da Gold miteinander, also Gold-Gold-Bindung ist ziemlich stark. Wenn sich also zwei Goldatome auf einer Oberfläche begegnen bei einem Diffusionsprozess, das ist eine zweidimensionale braunische Bewegung, die eiern da so rum, die Goldatome, dann bleiben sie aneinander haften. Das heißt, wir bekommen also hier das Gleiche wie hier im Dreidimensionalen, im Zweidimensionalen, das nennt man dann Inselwachstum. Damit kann ich also auch Cluster erzeugen oder Nanostrukturen, aber die sind eben gerne zweidimensional, wenn ich das auf einer Oberfläche tue. Ja, das ist also die Idee, ich muss irgendwas verdampfen und dann kondensiere ich es. Und dieser Kondensationsprozess, da gibt es wieder ganze Lehrbücher drüber, nur die Kondensation von irgendwas, das hat was mit Keimbildung zu tun. Und wir kennen das auch, wir brauchen eigentlich Kondensationskeime, wenn wir jetzt zum Beispiel Regen künstlich machen wollen. Nehmen wir an, es regnet einfach nicht, wir haben aber Wolken und dann kann man da Silberiodid einbringen mit Flugzeugen, zumindest behaupten das Leute, ich bin mir immer nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Aber von der Theorie ist das richtig, wenn ich also Silberiodid-Kristalle in so einen gesättigten Wasserdampf reinbringe, dann kommt es zur Bildung von Regentropfen, weil sich der Wasserdampf an sich selber nur schlecht anlagern kann, das macht er nicht so gerne. Wenn ich aber einen Kondensationskeim anbiete, also zum Beispiel so ein Silberiodid-Kristall, also warum das nun gerade Silberiodid sein muss, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich könnte es wahrscheinlich auch mit Salz machen, aber wenn ich einen Kondensationskeim habe, dann kondensiert die Wassermoleküle mit großer Begeisterung an dieser einigermaßen attraktiven Oberfläche und es bildet sich ein großer Wassertropfen und dann regnet es. Und wir kennen das auch zum Beispiel aus Satellitenaufnahmen vom Nordatlantik oder auch Mittelatlantik, da fahren so ganz viele Schiffe lang und die Schiffe fahren mit Altöl oder jedenfalls mit irgendwelchen fürchterlichen Brennstoffen und geben jede Menge Ruß von sich in die Atmosphäre aus den Schornsteinen. Und dieser Ruß agiert auch als Kondensationskeim, das heißt entlang der Fahrspuren dieser Frachtschiffe oder auch aller Schiffe, da kriegen wir solche Nebelbänder und die sieht man tatsächlich eben vom Satelliten bei bestimmten Wetterbedingungen, da kann man genau gucken, wo ein Schiff langgefahren ist, weil die Rußpartikel als Kondensationskeime dienen. Wenn wir aber keine Kondensationskeime haben, übrigens auch Insektgläsern gibt es das, wenn ich also stark übersättigte Kohlendioxidkonzentration in Sekt habe oder auch in Bier und ich tue das in so ein Glas mit einer perfekten Oberfläche, dann ist es erst mal stabil. Wenn da aber ein kleiner Fehlstelle drin ist oder ich werfe einen Zuckerkristall rein, also bei Weizenbier geht das gut, aber nicht viel, also bei Weizenbier bitte nicht, bitte nicht viel Zucker reintun. Das hatte ich nämlich mal gemacht, ich glaube sogar in München, in irgendeinem Brauhaus. Wenn man da einfach putzt, munter, ich probiere das mal aus, mit den Kondensationskeimen, der Physiker, der kommt eben auf solche Ideen oder die Physikerin, schaufelt da munter in so ein Glas Weizenbier so einen Löffel Zucker rein, kommt es zu einer heftigen Aufschäumung des Bieres und der Tisch wird überschwemmt. Kondensationskeime. Ohne Kondensationskeime haben wir ein Problem. Also genau dieses Problem, was ich jetzt schildern möchte. Ein Zweierstoß ergibt kein stabiles Lima, da die Bindungsenergie nicht abgeführt werden kann. Ja, das kennt man auch aus seiner Kindheit, wenn man denn also in einer sehr frühen Zeit geboren wurde, sagen wir 1950 oder 55 und man hat mit Murmeln gespielt. Ich weiß nicht, ob die Kinder das heute noch machen. Also Murmeln, das sind so Glasmurmeln, was gibt es glaube ich noch? Glasmurmeln. Und es ging darum, so ähnlich wie Golf, so ähnliches Prinzip, aber Golf ist für Erwachsene und man hatte eben also einen glatten Boden, also irgendwie ein fester Sand oder sowas und man hatte ein Loch, ein Loch und da musste die Murmel rein und wenn die da drin war, hat man gewonnen. So, das Problem ist bloß, wenn die Murmel mit zu viel Schwung ankommt, dann rollt sie zwar in das Loch rein, aber auf der anderen Seite gleich wieder raus, weil sie ja nicht abbremst. Außer ich habe starke Reibung, also irgend so einen ganz lockeren Sand, da wird die natürlich ständig langsamer und dann bleibt sie im Loch, aber ohne Reibung, im Idealfall ohne Reibung, also das macht ja der Physiker oder die Physikerin, keine Reibung, dann rollt meine Kugel in das Loch rein und gleich wieder auf der anderen Seite raus, weil die Energie der Kugel, die wird ja im Loch, also da ist es ja eigentlich stabiler, das heißt, sie beschleunigt in das Loch rein, wird ja angezogen von der Gravitation, wird sie schneller und dann kann sie munter aus der anderen Seite gleich wieder rausrollen. Ich kriege ohne Reibung eine Murmel nicht in ein Loch und das ist ja das Gleiche. Ich habe einen Zweierstoß, meinetwegen zwei Goldatome, die sich eigentlich mit großer Begeisterung anziehen würden und das Gold-Dimer ist viel stabiler als zwei getrennte Goldatome, also wie meine Murmel, ist viel besser untergebracht im Loch als außerhalb des Loches. Ja, aber die beiden Goldatome ziehen sich eben das letzte Stück, wo die chemische Bindung dann sich aufbaut, ziehen sich an, dann beschleunigen sie und fliegen auf der anderen Seite gleich wieder auseinander, weil die Bindungsenergie nicht abgeführt wird. Das heißt, es entsteht für kurze Zeit ein Gold-Dimer, das ist aber hoch angerichtet und fliegt gleich wieder auseinander. Ja, deswegen. Und ich brauche einen Dreierstoß. Ja, es geht nur in Dreierstoßen. Das heißt, die Kondensation, wenn ich keine Kondensationskeime, also wenn ich eine große Oberfläche habe, ja, also ich bringe jetzt in Golddampf, in Helium, bringe ich meinetwegen eine Silberoberfläche oder auch eine Goldoberfläche ein, dann würden die Goldatome einfach an der Oberfläche festpappen, weil die Bindungsenergie in Vibration, also in Wärme, in das Substrat abgeführt werden kann. Ich habe ein großes Substrat, lauter Atome, die sind als Festkörper gebunden. Mein Goldatom pappt an und würde dann auch wieder abfliegen, wenn die Bindungsenergie nicht abgeführt werden würde. Ähnlich wie meine Glasmurmel in meinem Loch, bleibt da nicht drin liegen. Aber wenn ich ein Goldatom an eine makroskopische Festkörperoberfläche oder auch nur so ein Silber-Jodid-Kristall anpappe, dann wird die Energie in Pikosekunden, also in sehr kurzer Zeit, diszipiert. Das heißt, das Atom nähert sich an und die Atome der Oberfläche kommen dem Atom sogar kurzfristig entgegen. Das ist aber dann eine Vibrationanregung und es wird diese frei werdende Bindungsenergie, die wird als Wärme in das Substrat abgeführt. Deswegen funktioniert dieser Kondensationsprozess mit Kondensationskeimen oder auch wenn schon größere Cluster da sind, super gut. Aber wenn ich nur zwei getrennte Atome habe, dann kann ich nicht irgendwas mit Wärme irgendwohin abführen. Das geht nicht. Da brauche ich einen Dreierstoß. Und Dreierstoß ist natürlich nicht so wahrscheinlich. Deswegen kommt es zu dieser homonuklearen Kondensation. Wenn ich also nur eine Sorte Atome da drin habe, plus meinetwegen Trägergas, kommt es erst bei sehr hohen Konzentrationen, also Übersättigung dazu, dass das System kondensiert. Und so ist es eben auch bei meinem Sektglas oder Weizenbierglas, wenn ich da einen Zuckerkrümel reinschmeiße, dann ist das der Kondensationskeim und dann geht das System in den eigentlich stabilen Zustand über, nämlich das Kohlendioxid kommt raus, weil das eben übersättigt ist. Das will da gar nicht drin sein. Es muss aber kondensieren dazu. Bildung im Dreierstoß mit drittem Stoßpartner. Also ein dritter Stoßpartner, meine zwei Goldatome in Helium stoßen zusammen und da kommt zufällig gerade ein Heliumatom vorbei und auf das wird, und das geschieht natürlich nur, wenn es gerade mal ein günstiger Winkel ist und so ein günstiger Moment, auf dieses Heliumatom wird die freiwerdende Bindungsenergie übertragen und dann ist das nie mehr stabil. Es muss also sozusagen im Moment des Stoßes abgekühlt werden, vibratorisch. Bei gegebener Temperatur ständiges Abdampf und Kondensieren von Monomeren und Clustern oder Inseln. Ja, wenn jetzt mal sich so ein kleinerer Cluster, ein Tetramäer, also Vierer Cluster oder auch ein Pentamäer, Fünfer Cluster, gibt es überall Ausdrücke dafür, also ein größerer Cluster gebildet hat in so einer Umgebung aus lauter Monomeren und dem Trägergas, dann ist es so, dass durch die aufprallenden zusätzlichen Atome der Cluster aufgeheizt wird. Der wird ja heiß, weil die Bindungsenergie eben dann in den Cluster verteilt wird und dieser heiße Cluster fängt dann an auch wieder Monomere abzudampfen. Das heißt, wir haben eigentlich in diesem Wachstumsprozess ein dynamisches Gleichgewicht von aufprallenden, neu hinzukommenden Monomeren und Monomeren, die wieder abdampfen, weil eben die Bindungsenergie ja irgendwie, die muss der Cluster loswerden und deswegen dieses Trägergas, das kann diesen heiß werdenden Cluster eben dann kontinuierlich kühlen. Die Wärme wird auf das Trägergas übertragen und das heißt, die Existenz des Trägergases begünstigt sehr stark, dass sich überhaupt solche Zeichen bilden. Okay, und es bedeutet auch, wenn ich so eine Dynamik habe aus Kondensation, also aufprallenden Atomen, die Pappen bleiben und einem Abdampfen, um diese überschüssige Kondensationswärme loszuwerden, habe ich nach einer Weile, also so ein dynamisches Gleichgewicht, Atome, die hinzukommen, wieder abdampfen, dann habe ich eine Bevorzugung von besonders stabilen Clustern, weil die, die besonders stabil sind, können ja heißer werden, also mehr vibratorische Energie vertragen, ohne, dass sie wieder was abdampfen. Und wenn ich so einen Wachstumsprozess habe, der so dynamisch ist, also anpappen und wieder abdampfen von Überschussenergie und nur langsam kühlt der Cluster ab durch das Trägergas, dann kriege ich Outstanding Lines, also Cluster, die ein bisschen stabiler sind und besonders stabil ist eben bei Fulleren, das C60, die unter diesen Bedingungen, das hängt von den Kondensationsbedingungen ab, ich kann die so einstellen, dass nur die stabilsten Cluster, die also viel innere Energie vertragen, weil sie sonst eben nicht so leicht auseinanderfallen, dass die eben in der Häufigkeit besonders groß sind. So kann ich also Massenspektren von erzeugten Clustern unter verschiedensten Kondensationsbedingungen erzeugen, wenn ich super gut kühle mit dem Trägergas, dann wachsen alle Cluster gleichmäßig und ich kriege überhaupt keine Modulation meines Massenspektrums mit der Stabilität der Cluster, sind alle da. Es bildet sich einer und der ist stabil, weil er nicht wieder abdampft. Wenn ich aber eine Bedingung habe, wo der Cluster schlecht gekühlt wird und ständig auch wieder Atome dann verliert, weil er zu heiß geworden ist, da kriege ich eine starke Bevorzugung in der Häufigkeit der besonders stabilen Cluster. Und so kam es zum Nobelpreis für C60. Deswegen diese langatmige Erklärung. Also immer eine Größenverteilung, das zeige ich gleich. Man kriegt also auch Regentropfen sind nicht alle gleich groß, sie haben alle unterschiedliche Größen. Das hat was mit der Statistik dieses Wachstumsprozesses zu tun. Aufgetragen gegen Volumen bzw. Zahl der Monomere, da kriege ich eine ziemlich breite Verteilung. Also wenn ich knallhart einfach Volumen, also Zahl der Atome nehme oder auch Masse, dann kriege ich immer eine breite Verteilung, die ungefähr so breit ist wie die mittlere Masse. Also wenn ich ein Cluster mit 1000 Atomen habe, dann geht die Größenverteilung aufgrund dieser Statistik des Wachstumsprozesses von 500 bis 1500. Die Albwärtsbreite ist also 1000, genauso wie die mittlere Breite. Das ist also eine riesenbreite Größenverteilung. Und wenn ich mich für einzelne Eigenschaften besonders stabiler Cluster interessiere, dann ist das Mist, weil ich ja ganz viele verschiedene Cluster habe. Messe ich jetzt an diesem Gemisch irgendeine Eigenschaft, zum Beispiel die Bandlücke, dann kriege ich überhaupt keine vernünftigen Daten, weil ich einen Mittelwert über Cluster mit ganz unterschiedlichen Bandlücken bekomme. Ich muss also irgendwie eine Größenselektion vorschalten vor das Experiment. Ja, das ist also eine große Verbreitung. Was man aber machen kann, damit es in den Publikationen besser aussieht, ich trage es nicht gegen die Masse oder die Zahl der Monomere auf, sondern gegen den Durchmesser. Das macht man bei Nanopartikeln, da gibt man den Durchmesser an Radius. Das Volumen geht mit der dritten Potenz des Radius. Das heißt, wenn ich eine riesenbreite Größenverteilung habe bei der Masse und ich trage das aber gegen den Durchmesser in den Radius auf, dann ist das eine relativ schmale Verteilung. Das sieht so aus, als hätte ich einigermaßen Monodisperse Cluster. Das liegt einfach nur daran, dass der Radius mit der dritten Wurzel aus dem Volumen geht. Dann sieht es viel schärfer aus, ist aber nur ein Trick. Also an sich ist die Massen, also die Masse ist das Entscheidende, die Zahl der Monomere für die Eigenschaften. Es ist eine super breite Größenverteilung. Ja und hier sehen wir mal wieder aus Konstanz, also bevor ich überhaupt nach Konstanz gekommen bin, das war kurz nachdem die Dinosaurier ausgestorben sind, das ist ja richtig viele Jahre her. Das ist also aus der Clustergruppe vor meiner Zeit in Konstanz. 1982, ich glaube das ist eine Diplomarbeit, zu dieser Zeit gab es noch Diplomarbeiten, die wurden ja dann mit der EU abgeschafft. Heute heißen die Diplomarbeiten Bachelor und Master arbeiten, also wurden durch zwei Arbeiten ersetzt. Bachelor und Master, Master wäre eigentlich das Äquivalent des Diplomabschlusses damals. Das ist jetzt also aus einer Diplomarbeit von 1982, hier steht auch der Name, und das sind N2O Cluster. Also wenn man Gas nimmt, wie Stickoxide, hat man nicht dieses Problem, dass man das Material erst mal verdampfen muss, es ist ja sowieso ein Gas. Und dann kann ich das in einer Vakuummaschine, ja muss ich im Vakuum machen, da ist dann erst mal kein Gas, und dann bringe ich das durch eine Düse ins Vakuum. Und wenn ich ein Gas durch eine Düse expandiere, dann kühlt es ab. Und dann gibt es diese homonukleare Kondensation, also kein Trägergas, vermutlich nicht, und ich muss die Düse eigentlich ein bisschen kühlen hier, 215 Grad Kelvin, das ist also eine Ecke unter Raumtemperatur. Und ich muss auch ionisieren, weil die Cluster müssen ionisiert sein, damit ich die Masse messen kann. Also mit neutralen Clustern kann ich nichts machen, die kann ich auch nicht nachweisen, aber wenn ich sie ionisiere, dann kann ich sie beschleunigen, ich kann sie in Magnetfeldern ablenken und so weiter, und ich kann vor allen Dingen die Größe messen und sie auch nachweisen. Und so wurden hier diese Massenspektren aufgenommen. Hier unten ist also aufgetragen die Masse, und zwar jetzt nicht in atomaren Masseneinheiten, das wäre so ein bisschen unhandlich, sondern das ist die Clustergröße N, Anzahl der Atome, und das geht hier bis 4.900 Monomere, also N2O-Moleküle. Und wir sehen hier, abhängig von dem Düsendruck, das ist die Stärke der Expansion. Man kennt es vielleicht aus Fernsehvorführungen oder auch aus Weihnachtsvorlesungen, wenn ich eine Kohlendioxidflasche, eine Hochdruckflasche, da muss man sehr vorsichtig damit sein, aber wenn ich die aufdrehe am Hochdruckventil und das ausströmen lasse unter bestimmten Bedingungen, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, da schneide es, das gibt Kohlendioxid, Schnee, also Trockeneis, kühlt ab, ne, durch die Expansion. Und wenn ich das stark expandieren lasse, dann habe ich eben viel Monomere, weil es stark expandiert und eine starke Abkühlung durch diesen Expansionseffekt, dann kriege ich große Cluster. Also viel Gas, es gibt große Cluster, hatte ich ja gesagt, viel Monomere und starke Abkühlung auch. Und wir sehen jetzt hier, das ist also bei 4,5 Bar oder 4.500 Millibar, also 4,5 fache Atmosphärendruck. Durch diese Düse, da steht leider die Größe der Düse, aber die ist immer so ein paar Mikrometer, also 50 Mi oder so was ist der Durchmesser der Düse, weil das muss ja alles im Vakuum passieren, damit ich die Ionen überhaupt in Magnetfeldern ablenken kann. Das geht jetzt nicht im Gas. Also ich expandiere das Gas und habe dann differenzielle Pumpstufen, überführe die Ionen ins Hochvakuum und da kann ich dann alles Mögliche mit den Ionen machen. Also zum Beispiel diese Massenspektren aufnehmen. Okay, und wir sehen hier, je stärker ich das expandiere, stärker Abkühlung, mehr Monomere, umso größer ist die mittlere Größe. Was ich aber auch sehr gut sehe hier ist, dass die Größenverteilung unter normalen Kondensationsbedingungen gewaltig ist. Ja, sie ist also ungefähr über den Daumen gepeilt so breit wie die mittlere Größe. Also hier ist die mittlere Größe ungefähr 1000 und die Verteilung geht von 500 bis 1500 oder sogar 2000. Also eine riesenbreite Verteilung. Und wenn ich mich jetzt für einen Cluster interessiere, sagt C60 bei Kohlenstoff, nein ist das Mist, der fällt ja gar nicht auf in dieser riesenbreiten Verteilung von allen möglichen Clustern aller möglichen Größen. Aber das ist erstmal die Herstellungsmethode. Ich muss das Material verdampfen und dann rekondensieren unter bestimmten Bedingungen und dann muss ich die Kondensationsbedingungen so einstellen, dass der gewünschte Cluster, den ich untersuchen möchte, dann wenigstens besonders häufig, also im Maximum der Verteilung, dann wirklich auftritt. Ja und jetzt zurück zu den Kohlenstoff Clustern. Wie kann ich jetzt Kohlenstoff machen? Kohlenstoff verdampfen. Ja, kann man das mit so einem Tiegel machen. Ich nehme Tiegel, tue da ein Stück von meinem HOPG, diesem super reinen Kohlenstoff rein und verdampfe den. Das Dumme ist nur, Kohlenstoff hat so eine hohe Schmelz- und Siedezemperatur, dass erstmal der Tiegel verdampft. Also alle Materialien, selbst also Wolfram oder sowas, solche Refractory Metals, also Metalle mit hohen Schmelz- und Siedepunkten, die schmelzen als erstes, bevor der Kohlenstoff auch nur anfängt zu sublimieren. Er sublimiert ab 3700 Grad Celsius. Ich kriege den also überhaupt nicht im normalen Ofen verdampft, also eher verdampft der Ofen, als dass das Grafit verdampft. Ja, da gibt es dann andere Methoden, die sind nicht thermisch, nämlich mit Laserverdampfung oder Lichtbogen, weil das ist keine thermische Methode, im thermischen Gleichgewicht mit einer Temperatur. Im Lichtbogen habe ich keine vernünftige Temperatur, weil das ist eben Blitz, das ist ein Lichtbogen. Also Temperaturen kann ich ja nur definieren, wenn ich wenigstens in kleinen Volumina irgendein thermisches Gleichgewicht habe. Wenn ich da aber schnelle Elektronen mit 100 E-Volt oder sowas, also hoher Energie, irgendwo durchschieße, dann sind das Temperaturen, die erreichen ja Hunderttausende von Grad im Prinzip. Das ist keine vernünftige Temperatur mehr, damit kann ich alles verdampfen. Also Lichtbogen oder Laserverdampfung. Und ein Laserstrahl hat auch keine vernünftige Temperatur, sondern eigentlich, der hat sogar eigentlich thermodynamisch gesehen eine negative Temperatur, aber das führt hier zu weit. Also im Laser, mit dem Laser kann ich beliebig hohe Temperaturen erzeugen, wenn ich genug Leistung habe. Ja, und da gibt es eben diese Laserverdampfungsquelle, die bei den Clusterleuten, die also solche super kleinen Nanopartikel wie zum Beispiel C60 untersuchen wollen, da ist sie sehr beliebt. Man braucht allerdings einen gepulsten Hochleistungslaser. Und so ein Laser, vielleicht ist er heute ein bisschen billiger, aber wir reden da schon über 20.000, 30.000 Euro, damit ich überhaupt mal einen Laser habe. Und da muss ich das Ganze noch im Vakuum machen. Das heißt, ich brauche auch noch eine Vakuum-Apparatur. Und dann sind wir ruckzuck bei 100.000 oder 150.000 Euro, um so eine Clustererzeugung mit einer Laserverdampfungsquelle überhaupt mal als minimalen Setup, da habe ich aber noch keine Untersuchungsmethode, überhaupt zu realisieren. Also es kostet dann gleich viel Experimentalphysik und insbesondere im Nano-Bereich. Das kommt eben nicht für ein paar Euro, der kostet ein bisschen. Wie funktioniert denn jetzt so eine Laserverdampfungsquelle? Also wir haben ein Target und das sind eben Stäbe, die langsam rotieren. Und da tickert ein Laser drauf. Also das sind Laser, der typischerweise ja so 50, 100 Millijoule oder auch mal 1 Joule pro Puls macht. Und 1 Joule pro Puls, das ist eben so eine Energieeinheit. 1 Joule ist ja eine makroskopische Energie, 100 Gramm, 1 Meter tief glaube ich, ist ungefähr 1 Joule. Also wenn ich mich da jetzt nicht vertan habe. Also die kinetische Energie nach einem Sturz um einen Meter von 100 Gramm. Ich glaube, das war es. Oder ich muss noch mal 9 nachrechnen. Auf jeden Fall eine makroskopische Energiemenge, die aber in den Photonen des Lichtblitzes drin stecken. Ja, solche Laser gibt es ein bisschen viel. Also man würde hier, da kommt also der Laser hier von oben, das ist so ein Schnittbild von oben, der kommt also auf unseren Stab und der spattert Material ab, weil in dem Aufprallen der Photonen auf diesen meinetwegen Kohlenstoffstab, da verdampft sofort Material, weil die Temperatur im Laserspot erreicht einige 10.000 Grad Celsius oder Kelvin. Celsius und Kelvin sind ja nur um diese 273 Grad verschoben, da macht es bei 10.000 Grad auch keinen Unterschied mehr, ob ich das in Kelvin oder in Grad Celsius angebe. Auf jeden Fall also beliebig heiß, nicht beliebig, aber einige 10.000 Grad kann ich da erreichen und da verdampft natürlich auch Kohlenstoff oder Wolfram, aber auch Aluminium oder auch weichere Materialien. Jedenfalls kriege ich nach einer Weile ein Loch und wenn sich der Stab nicht drehen würde, dann würde eben der Laser nach einer Weile durchgebohrt haben und gehen auf der anderen Seite wieder raus. Also der bohrt einfach ein Loch im Laufe der Zeit, der tickert. So ein Leistungslaser, also der normale Neodymiergläser zum Beispiel, die sind einigermaßen erschwinglich, also die haben vor Jahren 30.000 gekostet, vielleicht kosten jetzt nur noch 15.000, die werden billiger, diese Neodymiergläser. So ein Arbeitstier, sehr zuverlässig, funktioniert immer und läuft so mit 20 oder 20 Hertz oder auch 50 Hertz, also tickert so und der Stab muss sich dann drehen, damit er sich nicht durchbohrt und er wird gleichzeitig auch noch durch eine Mechanik rauf und runter gefahren, so dass man, also wie man so ein Maiskolben isst, ist vielleicht jetzt nicht ein passendes Beispiel, aber ich kann ja ein Maiskolben auch so abessen und dann gleichzeitig drehen und von links nach rechts wie eine Schreibmaschine, frühere Schreibmaschinenwalze dann durchfahren. Also so eine Bewegung ist das, da braucht man so eine Mechanik, das baut man, das kann man in Universitäten, in den Werkstätten bauen lassen, muss man selber so technische Zeichnungen anfertigen, also vielleicht kann man die Dinger auch heute kaufen, aber das musste man eigentlich immer selber bauen, sowas, den Laser kauft man und der spattert eben oder verdampft Material im Augenblick des Verdampfens. Ja und dann hat man, braucht man Trägergas, habe ich ja jetzt erklärt, warum man Trägergas braucht, auch das Trägergas brauche ich hier in diesem Fall auch, um überhaupt das Material wegzupusten, sonst würde das ja da bleiben. Also ich verdampfe zwar Material, aber das kondensiert dann sofort wieder hier an den umgebenden Oberflächen. Das heißt, ich habe ein Trägergas, das ist eben typischerweise Helium, da steht es ja, typischerweise 10 Bar, also 10-Fach-atmosphärischer Überdruck und der pustet das Material mit jedem Laserschuss raus und um die Gaslast in der Maschine, hier in die Maschine muss ja im Hochvakuum bleiben, ich puste da aber immer Helium rein mit 10 Bar, da mache ich das Ventil eben nur in dem Augenblick auf, wo der Laser schießt. Das heißt, das ist ja ein schnelles elektromagnetisches gepulstes Ventil, die kann man nur wieder kaufen, so kleine Dinger sind das und die geben eben nur für 100 Millisekunden oder noch kürzer, ein paar 10 Millisekunden am besten, machen die auf, dann fließt da Gas durch, es baut sich also hier ein Gasfluss auf, dann schießt der Laser, das Material wird mitgerissen, das ist erstmal heißes Plasma und dann kühlt es ab und dann gibt es hier noch eine Expansion zusätzlich, das heißt, das Heliumgas expandiert, es kühlt ab mit dem eingebetteten Verdampfmaterial und hier in diesem Bereich der Expansion, das nennt sich ein Düsenstrahl, der hat eine bestimmte Dynamik und so weiter, da gibt es auch wieder ganze Lehrbücher darüber, Düsenstrahl-Expansion, da bilden sich dann die Cluster nach den geschilderten Mechanismen, also der erste Schritt ist erstmal, dass sich überhaupt ein D-Mehr bildet, im Dreierstoß, aber so funktioniert es und diese Quellen, also Laserverdampfungsquellen heißen die, die sind eben sehr vielseitig, damit kann ich ungefähr alles verdampfen, was einigermaßen fest ist. Allerdings, ich wollte einmal selber, also ich mache ja Cluster, das ist mein Forschungsgebiet hier, dieser Talbereich der Nanowissenschaften, also kleine Nanopartikel, da wollte ich mal Silizium verdampfen, da kauft man sich diese Stäbe, 5 mm Durchmesser, wie so ein Bleistift, das kann man kaufen, hochreines Silizium, gut und ich hatte eben so ein Jecklaser und die Fundamentale vom Jecklaser, also das, was normal an Licht da rauskommt, ohne dass man irgendein Theater macht, ist Infrarotstrahlung, 1064 Nanometern. Ja, habe ich jetzt nicht weiter darüber nachgedacht, sondern habe eben den Laser da drauf gerichtet, auf die Laserverdampfungsquelle, die läuft ja im Vakuum, weil das Helium muss im Vakuum expandieren, das heißt, der Laser schießt durch so eine infrarot durchlässige Scheibe, weil der Laser ist an Luft, der steht einfach draußen, ballert da diese Pulse und fokussiert die mit einer infrarottauglichen Linse von draußen durch das Fenster auf diesen Stab hier, durch diese Öffnung hier in meiner Laserverdampfungsquelle. Nun kam aber nichts raus. Ja, warum nicht? Warum hat es nicht funktioniert mit meinem Infrarotlaser? Weil Silizium für Infrarot durchsichtig ist. Es ist nämlich ein Halbleiter. Die Bandlücke ist allerdings nur ein E-Wort, sodass wir mit unseren Augen nicht bemerken, dass Silizium durchsichtig ist. Es hat so eine bläulich- metallische Farbe, schimmert also ein bisschen für uns. Aber im Infraroten ist es einfach durchsichtig. Das heißt, der Laser hat hier hinten einfach ein Loch gebohrt und ich hatte mich gewundert, warum ich da keine Silizium-Cluster hinkriege. Ja, was man machen muss, ist, man kann diese Laser, da kann man die Photonenergie verdoppeln. Durch ein Verdopplerkristall halbiert sich die Wellenlänge und dann ist er grün. Und mit dem grünen Licht, dafür ist Silizium eben nicht durchsichtig und damit funktioniert die Laserverdampfungsquelle. Das nur so als kleiner Tipp. Das sind so die Nervigkeiten im Labor. Man denkt an irgendwas nicht, weil man einfach nicht dran denkt und wundert sich, warum dieses Mistding jetzt schon wieder nicht funktioniert. Auf jeden Fall hat es dann funktioniert mit der verdoppelten Lichtwellenlänge. Also halbierte Wellenlänge, verdoppelte Photonenergie, das ist einfach so ein Kristall, Verdopplerkristall, was ich da in den Laserstrahl reinhalte und dann kommt statt Infrarotstrahlung, die ich ja nicht sehen kann, kommt einfach intensives grünes Licht dabei raus. Übrigens ziemlich gefährlich. Also wenn man mit Jecklasern umgeht, also Infrarotstrahlung ist eigentlich die gefährlichste Art von Strahlung für die Augen im Laserlabor, weil sie durch die Linse durchkommt, auch durch den Glaskörper des Auges. Wir sehen sie nicht, aber sie verbrennt bei den hohen Leistungen eines solchen Lasers, auch wenn es Reflexe nur sind, über drei Ecken, über Metalloberflächen, da wird es da, da, da reflektiert und dann in meinem Auge verbrennt die Retina. Das heißt, ich stehe irgendwo rum, kriege so einen Reflex infrarot ab, merke gar nichts davon, werde aber blind auf dem Auge, was getroffen wird. Das ist natürlich eine Katastrophe. Also mit Infrarotstrahlung dieser Leistung und dieser Wellenlänge muss man sehr vorsichtig sein. Sie verbrennt die empfindliche Netzhaut hinten im Auge. Das gilt für das grüne Licht auch, die verbrennt natürlich auch die Retina, aber man sieht sie. Das heißt, erhalten diese Reflexe. Das Auge, wenn man so geblendet, da wird man geblendet, da macht man das Auge schnell zu und dann hat man vielleicht Glück, dass man nicht erblindet. Aber auch dieses grüne Licht in den hohen Leistungen, also sagen wir mal eine CW-Leistung, kontinuierliche mittlere Leistung, Watt und Pulsleistungen von mehr als Mikrojoule oder so, sind wirklich gefährlich. Sichtbar nicht ganz so schlimm, weil man es eben merkt. Man wird geblendet durch Reflexe. Da sieht man aus den Augenwinkeln, sieht man irgendwie, dass der Laserstrahl über zehn Ecken wieder zu meinem Auge zurückfindet, meinetwegen über die Türklinke, über den Bilderrahmen aus Glas zu mir. Nicht hingucken, ja, also und man trägt eben mit solchen Lasern dann immer Schutzbrillen. Was die allerdings den Nachteil haben, dass der Laserstrahl nicht mehr sehe. Sie blenden ja genau die Wellenlängen aus, die der Laser hat. Es gibt dann also Schutzbrillen für Jägg-Laser, die blenden aus, die 1064 Nanometer, dann die Hälfte davon, 500, keine Ahnung was, Nanometer, das ist eben grün und auch die blauen Linien, die noch höher verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, die werden ausgeblendet. Da kann ich meinen Laser aber nicht justieren, weil ich ihn nicht mehr sehe. Ja, da muss man sich was Neues einfallen lassen, aber ich muss eigentlich diese Schutzbilden tragen, gerade bei dieser verflixten Infrarotstrahlung, die eben sehr gefährlich ist. Das sind also die Jägg-Laser, mit denen man sowas gerne macht. Gibt noch andere Laser. Gut, und damit kann ich jetzt meine Kohlenstoff-Cluster machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe also so eine gepulste Maschine, die tickert so vor sich hin und in jedem Puls kommen so für einige 10 Millisekunden da in den Pulsen meine Cluster raus. Und wenn ich Glück habe, sind die sogar geladen, weil im Laserplasma eben auch positiv und negativ geladene Ionen entstehen und die nehmen Teil an der Kondensation und dann kriege ich positiv und negativ geladene Cluster. Und die geladenen Cluster, die kann ich nachweisen mit Detektoren oder auch mit elektrischen Feldern zum Ionenstrahl vor mir. Mit den Neutralen kann man nur schlecht was machen. Ich muss sie immer ionisieren. Entweder kommen sie hier sowieso ionisiert raus, weil das Plasma eben jede Menge Elektronen und auch positive Ionen erzeugt. Oder ich habe hier irgendeine nachgeschaltete Ionisationsmethode. Zum Beispiel den Elektronenstrahl, der da durchgeht, der macht dann Elektronenstoß Ionisation. Aber nur mit den Ionen kann ich wirklich Experimente machen. Ja und das ist dann eben ein Kohlenstoffspektrum. Ich glaube, Don Cox und Andy Caldor, diese Gruppe am Forschungslabor von Exxon, also Mineralölkonzern, interessierte sich damals, schon eine Weile her hier, 1984, stark für kleine Metallcluster. Also Katalyse ist das. Platincluster wissen wir ja vom Autokatalysator. Deswegen diese Nanopartikel- und Clusterforschung im Exxon-Forschungslabor in Annandale in New Jersey. Und das war eines der ersten oder vielleicht sogar das erste Massenspektrum mit einer Laserverdampfungsquelle, glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher, aber kann man ja nachlesen, wenn man möchte. Hier, Journal of Chemical Physics, 1984, Ausgabe 81 und Seite 3.322. Da findet man das. Also kann man im Internet downloaden, wenn man Zugang hat zu diesem Journal. Das geht dann über die Uni, da hat man Zugang. Und da haben die dieses ziemlich berühmte Massenspektrum aufgenommen. Und sie sind da, alle beide, also Don Cox, der Wissenschaftler und Andy Caldor war der Leiter der ganzen, also ganzen Bereichs in diesem Forschungslabor, die sind am Nobelpreis vorbeigeschlittert, weil sie haben nicht erkannt, was das hier bedeutet. Ich hatte ja schon gesagt, es hängt sehr stark an den Kondensationsbedingungen, ob ich eine starke Überbetonung der stabilen Cluster habe. Also wenn ich so eine Kondensation habe, wo also jedes Atom, was neu zu einem Cluster beim Wachstum dazukommt, einfach stecken bleibt und nicht wieder abdampft, also die Wärme sehr rasch abgeführt wird, dann kriege ich keine Modulation meines Massenspektrums durch die Stabilität, die relative Stabilität der Cluster, sondern sind einfach alle da. Es ist nur die Statistik des Wachstumsprozesses, was so eine breite Verteilung bewirkt. Und das haben wir hier. Wir haben hier zwar eine Überbetonung, ein bisschen, Faktor 2 maximal, von C60 und C70, das wissen wir heute, damals wusste man das noch nicht. Das sind eben diese besonders stabilen Hohlkugeln, aber was wir sehen ist, hier in diesem Massenspektrum ist es bimodal, also ein hochtrabender Ausdruck. Es gibt zwei Massenbereiche und dazwischen ist ein Minimum. Und das ist ein Indiz für zwei verschiedene Strukturklassen. Also irgendwas passiert hier und ab hier sind die Peaks weiter auseinander als hier. Das sieht man. Die x-Achse ist wieder die Anzahl der Monomere, also wie viele Kohlenstoffatome in einem Teilchen drin sind. Und es sind aller Wahrscheinlichkeit nach saubere Cluster, also sofern die Experimentatoren sauber gearbeitet haben. Aber hier piekt eben eine Linie bei 60 raus und 61 und 59 gibt es nicht, wohl aber 58 und 62. Also nur Gradzahlige. Und ich hatte ja schon erklärt, das ist diese Fußballstruktur mit den 12-5-Ecken. Damals wusste man das noch nicht. Man wusste noch nicht mal ansatzweise, was dieses Spektrum bedeutet. Keine Ahnung von Hohlkugeln und Fulleränen, sondern die haben es publiziert und sich gedacht, ganz interessant, wer weiß, was da passiert. Und hier ist einfach jeder Cluster da, aber eine starke Modulation mit der Größe, also 11, 15 und 19 Pieken raus. Und das sind aber vielleicht andere Strukturen. Aber welche Strukturen das sind, das wussten die Leute jedenfalls nicht mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob Sie damals schon bei Exxon geargwöhnt haben, dass es Hohlkugeln sind hier, weil diese, dass nur Gradzahlige Cluster stabil sind, deutet ja schon ein bisschen darauf hin, dass es möglicherweise solche Hohlkugeln sind. Wäre jedenfalls eine Idee. Ja, weiß ich jetzt nicht so genau, aber Sie haben dieses Spektrum publiziert und das reichte gerade eben nicht für den Nobelpreis. Da muss man schon noch rauskriegen, dass die 60 was Besonderes ist. Aber das ist eben so ein Massenspektrum hier und jetzt hängt es eben sehr an den Kondensationsbedingungen, ob ich dann erkennen kann, nur am Massenspektrum, da muss ich gar nicht noch weiter genau mir angucken, was sind das denn jetzt für Viecher, sondern ich gucke mir nur das Massenspektrum an. Und das hat eben die Gruppe von Rick Smalling gemacht, auch in den USA und das war in Texas, weiß gar nicht welche Universität, eine der Texas Universitäten. Und Rick Smalling zusammen mit Theoretiker Kroto und ich glaube noch jemand war da beteiligt, die haben den Nobelpreis bekommen und zwar dafür. Nicht ganz dafür, aber fast dafür. Das ist jetzt eine Publikation hier, das findet man unter Laureates, also die Leute, die den Nobelpreis bekommen haben, auf dieser Nobelpreis.org Seite und hier sieht man nur diesen hinteren Teil, dieses bimodalen Massenspektrums und jetzt haben die die Kondensationsbedingungen variiert. Man kann die eben so variieren, dass nur die Cluster, die sehr hohe innere Vibrationsanregungen überstehen und dann nicht auseinanderfallen, dass die überleben, alle anderen zerfallen wieder. Also ganz schlechte Kühlungsbedingungen. Wir haben also, dass die frei werdende Bindungsenergie der hinzukommenden Kohlenstoffatome wird schlecht abgeführt und dann haben wir so ein dynamisches Gleichgewicht auf Aufdampfen und Abdampfen und nur die Viecher, die hohe innere Wärme, also innere Vibrationsenergie überleben, vertragen, die überstehen diese unter sehr heißen Bedingungen. Die hier sieht man jetzt die Variation der Kondensationsbedingungen, dass nur C60 und ein bisschen C70 übrig bleiben. Also das Spektrum wird total dominiert durch C60, ist ein super stabiler Cluster und das haben die rausbekommen und dann haben sie mit der Theorie auch noch das Strukturmodell vorgeschlagen. Und dann gab es eine Welle, also eine phänomenale Welle von Forschung, weil sich auch unmittelbar danach, eigentlich ein paar Jahre später, hat sich herausgestellt, dass ich C60 zu einem Kristall kondensieren kann. Und die Bilder habe ich ja schon gezeigt, das kann man also aufdampfen. Erstmal muss ich es extrahieren, dass ich möglichst reines C60 habe und dieses Material dann in Lösung, es löst sich in Toluol, dann irgendwo aufbringen, kondensieren und dann habe ich eine neue Erscheinungsform des Kohlenstoffs und das ist schon phänomenal. Es gibt eine neue Erscheinungsform, künstlich synthetisiert, des Kohlenstoffs mit ganz anderen Eigenschaften. Ist eine Halbleiter und sublimiert bei ein paar hundert Grad Celsius und so weiter. Naja, und hier haben wir die beiden Strukturen, die dann vorgeschlagen wurden, hier unten steht auch ein Text dabei, in Deutsch kann man sich durchlesen, C60 und C70. Und das Besondere am C60 hier sind eben diese 12-5-Ecke und diese sehr hohe Symmetrie. Das C70 hat auch 12-5-Ecke, aber eine niedrigere Symmetrie und hier gibt es jetzt hier A, B, C, D, E, diese 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen markierten Atome. Die Positionen der Kohlenstoffs sind von ihrer nächsten Nachbarumgebung im C70 und auch in allen anderen Fullerinen nicht äquivalent, sondern es gibt Kohlenstoffatome, die sehen eben ein Fünfeck und andere Kohlenstoffatome sehen kein Fünfeck und sie haben etwas geänderte Umgebungen, währenddessen im C60 jedes Kohlenstoffatom auf genau identischen Plätzen sitzt. Muss man sich aller Ruhe angucken. Die sehen, jedes Kohlenstoffatom ist von der Symmetrie her genau am selben Platz. Es hat irgendwie zwei Verbindungen oder eine zum Fünfeck und zwei Verbindungen zum Sechsecken. Ja, und das ist identisch. Die sind also alle symmetrisch, sind identisch von ihrer nächsten Nachbarumgebung. Und das kann man mit Nuclear Magnetic Resonance messen. Ja, und das sind die Messergebnisse hier. Das ist auch so eine ältere Messung, das findet man hier von Harold Kroto, der war noch beteiligt am Nobelpreis. Und das sind NMR-Messungen von solchen Schichten, die man aufgebracht hat. Also man kann diese Fullerene herstellen in so einer Lichtbogenentladung. Jetzt nicht mit einer Laserverdampfungsquelle, ist zu viel Mühe. Größere Mengen kann man mit dem Lichtbogen erzeugen, hatte ich ja vorhin als eine nicht-thermische Methode auch genannt. Und Lichtbogen, Kohlelichtbogen kennen wir ja. Kohlelichtbogen. Die beiden Elektroden im Kohlelichtbogen, verwendet man auch als Lampe, ist halt sehr hell, die sind ja aus Kohlenstoff. Und da brennt so ein Lichtbogen und dann verbrennen mit der Zeit diese Kohleelektroden. Die werden einfach verdampft durch diese Zehntausende von Grad in dieser Plasmaentladung. Und dann bildet sich Ruß. Da qualmt also so Ruß hoch, insbesondere dann, wenn ich das in einem Trägergas, also Helium mache. Ja, so haben die also diesen Ruß hergestellt. Und den Ruß, da kann ich Toluol nehmen. Also da muss man jetzt schon ein genialer Chemiker sein, damit man drauf kommt, welches Lösungsmittel nehme ich denn in Wasser. Lösen sich die Fullerene nicht wohl aber in Toluol. Ja, wir haben also eine Form des Kohlenstoffs, die ich in einem Lösungsmittel lösen kann. Ich kann Diamanten und Graffiti in keinem einzigen, also wie ich weiß, in keinem einzigen Lösungsmittel lösen. Außer Graffiti kann ich in flüssigem Eisen lösen. Dann kriege ich ja eben Stahl. Ja, also Kohlenstoff löst sich in flüssigem Eisen. Das ist jetzt aber nicht so super praktisch. Diese Fullerene lösen sich in Toluol. Wusste man aber nicht. Hat man dann ausprobiert. Und dann kann ich das Toluol verdampfen und kriege eine Fullerene Schicht. Der Vorteil ist, wenn ich eine Rußschicht habe mit allem möglichen Krümeln aus Kohlenstoff und habe ein paar Fullerene da drin und spüle da Toluol drüber, lösen sich nur die Fullerene. Und wenn ich dann auch noch Kondensationsbedingungen habe, in denen sich hauptsächlich C60 und C70 bilde, dann bekomme ich mit dieser ganz groben Methode, Lichtbogen in Heliumträgergas, meinetwegen irgendeine Aluminiumscheibe da oben drüber, der kondensiert diese schwarze Ruß. Ja, also ich halte einfach oben drüber, weil in Heliumatmosphäre steigt eben dieser heiße Heliumgas nach oben. Ab da so eine Aluminiumplatte, da scheidet sich Ruß ab und dann spüle ich mit meiner Spritzflasche Toluol drüber und das Toluol bekommt eine violette Färbung, weil sich darin, wie wir heute wissen, C60 und C70 löst. So, jetzt kann ich das Toluol eindampfen und kriege dann eine Schicht aus einigermaßen reinen C60 und C70 und mache NMR-Spektren. Das ist eine Maschine, kann ich kaufen, da halte ich meine Probe rein, kriege diese Spektren. Was das ist, erkläre ich dann gleich noch ein bisschen näher. Auf jeden Fall, beim C60 hier kriege ich nur eine einzige Linie. Und ich weiß noch, wie ich selber damals, als das entdeckt wurde, saß ich im Auditorium und ein Wissenschaftler trug also vor, oh wunderbar, ich habe hier von meiner Probe, die er genau so hergestellt hatte, also mit Lichtbogen, Blech, Ruß, Ruß, Toluol, Toluol, eingedampft, grobe reingehalten in einen MNR-Spektrometer, eine Linie. Jetzt ist es so, Graphit und Diamant machen auch bloß eine Linie. Das konnte mich jetzt wirklich nicht beeindrucken. Ja, eine Linie, ja okay, das ist Graphit, ja wo ist das Problem? Weil im Graphit und im Diamanten sitzen auch alle Kohlenstoffatome an genau identischen, symmetrischen Plätzen. Und es ist so, dass jede Linie hier, das ist C17, ein isotop, stabiles Isotop des Kohlenstoffs, diese Atome sitzen eben an verschiedenen Positionen. Und das war so hier in diesem Gemisch aus C60 und C70. Oder wenn ich reines C70 nehme, davon habe ich jetzt nicht so viel, deswegen ist das Spektrum verrauscht da, dann kriege ich halt vier Linien, weil ich vier verschiedene Symmetrieplätze habe. Fünf, sorry, hier ist noch eine, A, B, C, D, E. Und beim C60 kriege ich nur eine Linie. Und ich muss zugeben, ich war damals Postdoc in den USA, ich habe die Relevanz der Tatsache, dass da nur eine Linie ist, nicht erkannt, weil ich auch kein NMR-Spezialist war. Ich habe gesagt, ja, ist ja wie Graphit und Diamant, so what? Ja, so what ist, hier erwarte ich nur eine Linie, weil alle Kohlenstoffatome eine äquivalente nächsten Nachbarumgebung haben. Und wenn Kohlenstoffatome, das sind Atomkerne, die ich in NMR spektroskopiere, wenn die etwas unterschiedliche lokale Felder haben, elektrische Felder oder magnetische, dann schieben diese Linien. Dann kriege ich also für unterschiedliche Symmetrien der lokalen Umgebung, kriege ich unterschiedliche Linien. Das heißt, ich kriege nur eine Linie für hochsymmetrische Objekte, also wo alle Atome an identischen Plätzen sitzen. Das ist im C60 der Fall, im Diamanter Fall und im Graphit, aber nicht im C70. Im C70 habe ich unterschiedliche Symmetrien, wegen dieser etwas airigen Form und kriege hier 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Typen von Kohlenstoffatomen mit unterschiedlichen lokalen Umgebungen. Also hier ist A, B, C, D, E, also es sind 5. Das sieht aus wie mehr Striche, aber hier das A ist A und das ist auch A. Es sind 5 verschiedene Symmetrieplätze und ich erwarte für C70 hier unten, getrenntes C70, erwarte ich 5 Linien. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist also NMR an der Probe, dazu muss ich die Probe aber als Festkörper in einigen Mikrogramm oder einem Milligramm, was die da brauchen, je nachdem wie empfindlich das NMR-Spektrometer ist, brauche ich einige Milligramm-Probe, damit ich das überhaupt messen kann, das NMR-Spektrum, Festkörper. Und dann kann ich sehen, es sind 5 Linien für C70 und eine Linie für C60 mit diesem Tolerol rausgelöst und das ist schon ein sehr starker Strukturbeweis. Wenn ich also vorher die Theorie habe, C60 ist eine Linie, C70 habe ich 5 Linien und hier sind 5 Linien für C70 und das ist schon toll. Na gut, was ist NMR? Und das will ich jetzt mal kurz beschreiben, ist eine ganz wichtige Methode, sind Maschinen, da halte ich meine Probe rein, da kommen diese komischen Spektren mit diesen nadelscharfen Piks raus und daraus kann ich jede Menge lernen, auch über Moleküle, Proteine und alles Mögliche. Das ist also eine ganz wichtige Strukturanalyse-Methode in der Chemie und das will ich jetzt gleich mal erklären. Also, wie geht NMR? Hier geht es um das C13, ein Isotop, ein stabiles Isotop des Kohlenstoffs, also Kohlenstoff, da gibt es zwei Arten, C12 und das ist die Zahl der Nukleonen im Atomkern, also normaler Kohlenstoff, das häufigste Isotop ist C12, 6 Protonen, 6 Neutronen und dann gibt es aber auch noch einen ziemlich geringen Prozentsatz, C13, das hat ein Neutron mehr, ist also immer noch Kohlenstoff, ein bisschen schwerer der Atomkern und dann gibt es noch das berühmte C14 radioaktiv, da gibt es die C14 Altersdatierung, aber das ist so geringe Konzentration, das spielt keine Rolle. Jetzt geht es um das C13 bei NMR. Und zwar, Atomkerne können einen Drehimpuls und ein magnetisches Moment haben, beides ist jetzt wichtig für NMR. Neutronen und Protonen sind Spinn ein halbes Teilchen, also der Spinn ist ein halbes, da gibt es zwei Einstellmöglichkeiten, hatte ich ja erzählt bei den Naturgesetzen der Quantenmechanik. Gesamtspin ist Summe aus Teilchen, Spins und Bahndrehimpulsen. Der Gesamtspin kann eines Atomkerns, kann also beliebig kompliziert werden, aber immer zwei Nukleonen, das sind also Protonen oder Neutronen, des gleichen Typs koppeln zu Null. Ja, wenn ich immer, also diese Paarwechselwirkung, immer zwei Neutronen koppelt alles zu Null, also auch sämtliche Drehimpulse, die es da überhaupt gibt. Das heißt, wenn ich Kohlenstoff 12 habe, da habe ich eine gradzahlige Zahl von Neutronen, sechs und eine gradzahlige Zahl von Protonen, auch sechs und immer zwei, also drei Paare habe ich dann bei sechs, koppeln zu Null, dann ist der Gesamtspin, Drehimpuls des Atomkerns C12 ist Null. Und Null ist eben nichts los, da geht NMR nicht. Also C12, da steht es, das Isotop, das Hauptisotop hat keinen Spinn und C13 hat ein ungepaartes Neutron, hat ein Neutron mehr als C12, also wenn es ein Proton mehr hätte, dann wäre es eben nicht mehr Kohlenstoff, sondern das nichts schwerere Element, sondern hat ein Neutron mehr und hat ein Spinn eine halbe. Ja, Spinn eine halbe heißt, bezogen auf irgendeine Z-Achse, die ich im Experiment definiere und bei NMR mache ich das mit Magnetfeld, da habe ich also Magnetfeld, starkes Magnetfeld, da drin ist meine Probe und da kann sich der Spinn meines C13 Atomkerns von dem einen Neutron, der ganze Atomkern hat dann nur Spinn eine halbe, kann sich ab oder down stellen. Ja, okay, hat also Spinn eine halbe. Magnetisches Moment des Kerns ist sehr klein, rund 2000 mal kleiner als das der Elektronen. Elektronen haben auch ein eigenes magnetisches Moment, weil sie sich um sich selber drehen, aber sie sind eben sehr leicht und das skaliert mit der Masse und so ein Neutron hat auch ein magnetisches Moment, aber es ist eben sehr klein, das heißt schwer zu messen. Aber das ist im NMR, da messe ich eigentlich das magnetische Moment meines Neutrons im C13. Magnet ist sehr klein, ja, und das ist ein Borsche Magnetron und das ist beim Atomkern, also bei Elektronen und sonst Kernmagnetron. Das ist ein technisches Detail, heißt die magnetischen Momente, um die es geht, sind sehr klein. Quantenmechanik. Spinn eine halbe hat zwei Einstellmöglichkeiten zu einer äußeren Z-Achse, Spinn ab und Spinn down. Und wenn ich jetzt mein C13 in ein Magnetfeld tue, dann ist an den Drehimpuls, der Quantenmechanik nur zwei Einstellmöglichkeiten hat, ist mein magnetisches Moment, also ein kleiner Nord-Süd-Magnet, ist daran angekoppelt. Der steht auch nur Spinn ab und Spinn down. Hier steht, Spinn und magnetisches Dipolmoment sind gekoppelt. Magnetischer Dipol in äußerem Feld hat eine Energie, die von der Orientierung abhängt, ja. Also wenn ich Nord und Süd habe und dann steht der Südpol nach oben, ist das günstig, weil sich ungleichnamige Pole anziehen und wenn sie aber entgegengesetzt stehen, ist das ungünstig. Dann ist das ein energetisch angerichteter Zustand. Also es gibt nur zwei Orientierungen, also zwei Niveaus. Und ich kann jetzt mit einem äußeren elektromagnetischen Feld, also Mikrowellenstrahlung ist das, kann ich meine Dipole, also die Atomkerne des C13, die kann ich umklappen. Also mit der richtigen Wellenlänge, muss mit der richtigen Energie einstrahlen. Magnetischer Dipol in einem äußeren B-Feld hat Energie, die von der Orientierung abhängt, also zwei Niveaus, Ausrufungszeichen. Ich habe zwei Zustände, zwei Niveaus und wenn ich zwei Niveaus habe und elektromagnetische Strahlung einstrahle in mein Atom, was zwei Niveaus hat, dann muss das passen auf das Niveau, dann fängt der Atomkern an, Energie aus dem elektromagnetischen, also das Atom absorbiert. Ja, also das gilt genauso für Elektronenniveaus, der Elektronenhülle. Wir reden jetzt aber von zwei Zuständenniveaus des Atomkerns. Und weil das magnetische Moment so klein ist, sind die ganz dicht beieinander. Es sind also keine optischen Übergänge, sondern ich strahle Mikrowellenstrahlung ein. So, also klassisch gesehen präzediert der Spinn um die Magnetfeldachse. Ja, also das kann man, das wird immer in den Lehrbüchern erklärt, brauche ich aber nicht. Ich brauche eigentlich nur, dass ein kleiner Dipo-Magnet in einem äußeren Magnetfeld, wenn er nur zwei Einstellmöglichkeiten hat, parallel oder antiparallel, dass diese in einem äußeren Magnetfeld, ohne äußeres Magnetfeld ist es egal, wie er steht. Es ist immer die gleiche Energie. Aber in der einen Orientierung stoßen sich die Pole ab von dem äußeren Magnetfeld und dem kleinen Dipol. Und das ist energetisch ungünstig und andersrum ist günstig. Das heißt, ich bekomme in meinem Energiediagramm zwei Zustände. Und zwischen zwei Zuständen kann ich nach dem Borschen Atommodell, kann ich mit Photonen der richtigen Energie Übergänge induzieren. Man muss die richtige Energie einstrahlen, sprich die richtige Wellenlänge. Und weil die Energie dieses, das Magnetron, also das Magnetfeld, das Dipomoment des Kerns so klein ist, brauche ich eben also Photonen sehr niedriger Energie oder sehr langer Wellenlänge gegenüber optischen Wellenlängen, also Mikrowellenstrahlung. Gut, da brauche ich diese Präzision nicht unbedingt, um das zu verstehen. Energetischer Abstand hängt von der Stärke des B-Feldes ab. Also klar, die ungünstige Stellung, je stärker mein äußeres Magnetfeld ist, umso ungünstiger ist es. Das heißt, die Aufspaltung der zwei Kernniveaus, wir reden jetzt über Zustände des Atomkerns, der Abstand hängt davon ab, wie stark das Feld ist. Wenn ich kein Feld habe, ist es egal, wie er steht, ist der Abstand null, habe ich ein starkes Feld, dann ist der Abstand groß. Aber in jedem Fall immer klein. Gegenüber den Anregungszuständen der Elektronenhülle sind wir größere Energien. Ja, wie C-Mann-Effekt, falls sich jemand mit C-Mann-Effekt auskennt, das ist dasselbe. Ja, also dasselbe Prinzip, aber für die Elektronenhülle. Energetischer Abstand, ach so, ja. Übergänge zwischen beiden Niveaus durch elektromagnetische Strahlung passender Photonenergie. Ich habe also einfach ein äußeres magnetisches Feld und jetzt strahle ich in meine Probe. Ich weiß ja gar nicht, ob da ein Atomkern überhaupt mit dem Magnetfeld ist. Also wenn es Kohlenstoff ist, weiß ich, da ist wahrscheinlich C-17, nicht C-17, ich komme immer auf C-17 wegen Sauerstoff-17. Das ist auch ein weniger häufiges, aber stabiles Isotop des Sauerstoffs. Es geht jetzt um C-13. Ich weiß ja, dass das C-13 drin ist und jetzt kann ich da also elektromagnetische Strahlung einstrahlen und nur, wenn ich die richtige Wellenlänge einstrahle, abhängig von der Stärke des B-Feldes, dann gibt es Absorption. Dann fangen diese Atomkerne an, hin und her zu zappeln. Ja, die flappern dann immer hin und her. Also ich könnte zum Beispiel das Magnetfeld konstant halten und die Mikrowellenfrequenz durchfahren und bei einer bestimmten Frequenz macht es wupp, dann absorbiert meine Probe. Und die Absorption kann ich irgendwie messen. Also wie man die jetzt misst, das sei dahingestellt. Aber das sind die NMR-Spektren. Ich gehe nochmal zurück, in der Hoffnung, dass das hier funktioniert. Ja, funktioniert. Hat ein bisschen gegrübelt, der Rechner. Ich fahre hier eigentlich als einen Modus. Ich kann das Magnetfeld durchfahren, aber ich kann auch die Frequenz durchfahren. Und das ist hier in Parts per Million, also Anteile der Frequenz. Und wenn ich die richtige Frequenz treffe, dann absorbiert auf einmal meine Probe. Und wenn ich Atomkerne, C-17-Atomkerne, es geht nur um C-17, wenn ich C-17-Atomkerne habe mit etwas unterschiedlicher lokaler Umgebung, dann sind diese lokalen Magnetfelder und elektrischen Felder, die der Atomkern sieht, sind etwas anders. Und deswegen verschieben diese Absorptionslinien, die sind ja super scharf, wie man sieht. Die Methode hat eine sehr hohe Auflösung. Deswegen sind diese Linien unterschiedlich, wenn ich C-17s an unterschiedlichen Symmetrieplätzen habe. Also C-12 macht, mit C-12 würde es auch gehen, aber es hat eben gar einen magnetischen Moment, deswegen geht es prinzipiell nicht. Und deswegen sehe ich hier entsprechend viele Peaks, also wenn ich meine Mikrowellenfrequenzen durchfahre, wenn ich entsprechend viele unterschiedliche Symmetrieplätze da drin habe. Gut. Und wie macht man das? Hier ist nochmal diese Präzision gezeigt, aber wie gesagt, diese Präzision brauche ich dafür eigentlich nicht. Zur Messung bringt man die Probe in ein homogenes magnetisches Feld, habe ich erklärt. Heutzutage werden sogenannte Hauptmagnetfelder mit Hilfe von supraleitenden Elektromagneten erzeugt, die mit flüssigen Höhlen um Stickstoff gekühlt werden. Also ich brauche einfach ein starkes Magnetfeld, damit die Niveaus bei diesem sehr schwachen magnetischen Moment meines C-13-Kerns überhaupt irgendwie signifikant aufspalten, brauche ich ein starkes Feld. Die Probe wird von einer Induktionsspule umgeben, welche ein hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld senkrecht zum Hauptmagnetfeld erzeugt. Das muss senkrecht sein, damit ich das Umflappern hinkriege. Und dann variiert man die Stärke des Hauptmagnetfeldes, also wenn man eine konstante Frequenz meines elektromagnetischen Anregungsfelds hat, bis der Resonanzfall eintritt. Ich kann also das Hauptmagnetfeld durchfahren, dann mache ich den Abstand der beiden Niveaus, variiere ich, bis der genau auf die Photonenergie der Mikrowellenstrahlung passt und dann gibt es einen Resonanzfall. Alternativ kann auch die magnetische Feldstärke konstant gehalten werden und die Frequenz des eingestrahlten Wechselfeldes variiert werden. Wenn der Resonanzfall eintritt, die Probe also Energie aus dem Wechselfeld aufnimmt, verändert sich die Stromstärke, welche zum Aufbau des Wechselfeldes benötigt wird. Also das sind subtile Methoden, mit denen man die Absorption überhaupt misst, wann absorbiert es. Und dann gibt es eben diesen haarscharfen Peak für C-13-Atome in einer bestimmten symmetrischen Umgebung. So funktioniert diese Methode. Und die ist eben sehr aussagekräftig, um überhaupt mal ein Bein an die Erde zu kriegen. Was habe ich denn da für Strukturen? Natürlich, wenn ich fünf Linien bei Kohlenstoff sehe, heißt das, da weiß ich immer noch nicht, was die Struktur ist. Ich muss das vergleichen mit Strukturannahmen. Und dann kann ich die verschiedenen Annahmen, die Ideen, die es gibt, was für eine Struktur habe ich denn von meinem Molekül oder meinem Cluster, dann kann ich die sortieren. Aber es ist nicht so, dass ich aus fünf Linien sofort die Struktur, wenn ich so gar keine Ahnung habe, was habe ich denn da überhaupt, dann kann ich die nicht deduzieren. Ich kann aber zwischen verschiedenen Strukturvorschlägen unterscheiden. Und ich kann noch mehr damit machen. Und das ist jetzt hier wieder eine faszinierende Sache. Ja, tut mir leid, ich brauche jetzt schon wieder ziemlich viel Zeit für Nano, jetzt für Kohlenstoff-Nanostrukturen, weil das eben wirklich was Faszinierendes ist. Und es hat auch über viele, ja über zwei Jahrzehnte oder so, die Leute, die sich mit so Nanopartikeln und Clustern beschäftigen, absolut fasziniert. Und das ist ja sogar Festkörperphysik hier, weil sich die Fullerene tatsächlich zu Festkörpern kondensieren lassen. Neue Erscheinungsformen des reinen Kohlenstoffs. Und in diesem Fullerit, so heißt das Material im Deutschen aus Reim C60 oder auch C70, da rotieren diese Viecher bei Raumtemperatur. Bei absolutem Neupunkt rotieren sie nicht. Und das sieht man im NNR-Spektrum. Ich sagte ja, dass ich dann unterschiedliche Linien kriege, wenn die Atome, die C3-Atome, das sind sozusagen meine Probenmarker, wenn die eine unterschiedliche lokale Umgebung sehen. Wenn ich jetzt einen Festkörper aus diesen Kullern habe, dann gibt es C13 und die rotieren nicht. Es gibt C13, die sitzen an einer Stelle, wo sie meinetwegen direkt gegenüber die nächste Kugel haben. Also der Abstand zur nächsten Kugel ist minimal. Dann sitzen sie vielleicht woanders an der Stelle, wo sie genau in so einen Hohlraum zwischen den Kugeln gucken. Das heißt, die Stellen sind nicht mehr alle äquivalent. Und dann gibt es auch noch alle Winkel dazwischen. Das bedeutet, die NNR-Linie in einem absolut kalten C60-Kristall die NNR-Linie verbreitert, weil die nicht mehr alle äquivalent sind. Sie sind auf unterschiedlichen Plätzen, weil sie benachbarte Kugeln haben. Und dann kommt es eben darauf an, wo das C13 gerade mal sitzt, was für eine Umgebung es sieht. Gerade mal ein Loch oder nächste Nähe oder eine Position dazwischen. Und in einem sehr kalten C60-Kristall hier bei 77 Grad Kelvin, da verbreitert mir meine NNR-Linie, also die C60-C13-Linie, also C60 für den 60er-Klatzer und C13 steht links oben, die 13 für das Isotop. Die verbreitert mir, weil die nicht mehr alle äquivalent sind. Wenn aber der Kristall bei Raumtemperatur, 295 Grad Kelvin hier oben, rotiert und zwar in einer Geschwindigkeit, die schnell ist gegenüber der Aufnahme der NMR-Spektren, dann gibt es hier ein Motional Narrowing. Das heißt, die Bewegung ist so rasch, dass bei der Aufnahme dieser Resonanz die einzelnen C13 sich bewegen, also für eine charakteristische Zeitspanne, die mit der Lebensdauer dieses Niveaus zusammenhängt, dann sind diese, durch die schnelle Rotation sind die C13-Plätze dann doch wieder äquivalent und die Linie wird schmal. Also hier rotieren sie nicht, hier rotieren sie. Also man sollte denken, durch das Rotieren wird sie eher breiter, die Linie, ist aber gerade mal andersrum, weil durch die schnelle Rotation, schnell gegenüber dieser Art, wie diese Spektren aufgenommen werden, durch dieses schnelle Rotieren wird diese Linie ganz, ganz schmal. Und da sehe ich tatsächlich das Rotieren oder eben das Nicht-Rotieren dieser Kullern in diesem Kullerkristall. Das ist schon faszinierend. Also ob man damit irgendwas Vernünftiges anfangen kann, das sei dahingestellt, aber es hat die Leute fasziniert. Ein Kristall, ein Einkristall aus einem Kohlenstoff, aus lauter Kullern und jetzt rotieren die auch noch bei Raumtemperatur. Und das sieht man auch in der spezifischen Wärme, diese Rotation der Kullern im Festkörper ist ein zusätzlicher Freiheitsgrad. Und je mehr Freiheitsgrade ich in einem System habe, umso höher ist der Wert der spezifischen Wärme. Und die spezifische Wärme ist die Frage der Temperatur. Wenn ich so und so viel Joule an Energie in einen Kristall reinpappe, also reinpumpe, also sprich ich tue einmal Wasser oder einen Topf Wasser auf eine Herdplatte, schalte die Kilowatts ein und beobachte die Erwärmung. So, da wird also wärmer. Und wenn die spezifische Wärme sehr hoch ist, also ein Material sehr viel Wärme speichern kann oder sehr viel Wärmeenergie, dann wird es nicht so heiß, weil es mehr Freiheitsgrade hat. Und wir sehen hier einen Übergang, hier ist er markiert bei 90 Grad Kelvin, 89,7 Grad Kelvin. Da fangen die Cluster an im Festkörper an zu rotieren, so die Interpretation dieser Messung der spezifischen Wärme. Und bei niedrigeren Temperaturen rotieren sie nicht. Da existiert dieser Freiheitsgrad quantenmechanisch nicht, er ist eingefroren. Die sind eingerastet und dann hat das Material, wenn man ihm Energie zuführt, weniger Freiheitsgrade und die Temperatur steigt schneller an. Die spezifische Wärme ist also geringer. Und hier sehen wir den Phasenübergang, da geht die Rotation los und ab dann steigt die spezifische Wärme sehr viel steiler nach oben an. Spezifische Wärme steigt auch immer mit der Temperatur für gewöhnlich, weil ich mit wachsender Temperatur immer mehr Freiheitsgrade zur Verfügung habe, zumindest in diesem System hier. Aber dieser Sprung hier, das ist das Einsetzen der Rotation, ein zusätzlicher Freiheitsgrad dieses Materials für die Speicherung von Energie in Form von Rotationsenergie im Festkörper. Und die spezifische Wärme macht dann eben einen Hüpfer nach oben, weil die spezifische Wärme ist dann immer besonders hoch, wenn ich viele Freiheitsgrade im System habe. Und das ist jetzt eigentlich eine ähnliche Information wie das Motional Narrowing bei meinem NMR-Spektrum, wo ich sehe, dass die Dinger rotieren und deswegen meine NMR-Linie wieder so schmal wird. Jetzt habe ich also gleich mehrere Methoden der Strukturanalyse von neuartigen, in diesem Fall Festkörperproben genannt. Wir machen dann nächstes Mal noch allerhand Methoden, um auch die Struktur einzelner Moleküle oder Nanopartikel zu analysieren. Dies aber Festkörpermethoden, NMR und die Messung der spezifischen Wärme. All das Methoden, um Informationen über die Strukturen, die Eigenschaften von einer Festkörperprobe, auch sehr kleine Proben kann man damit untersuchen, um Informationen zu gewinnen über diese Proben. Und eben dieses C60, angefangen mit dem ersten Massenspektrum von Don Cox und Andy Caldor, und dann eben der Durchbruch, den Rick Smalley eigentlich als Experimentator erzielt hat. Und er hat eben dann auch als einer von dreien den Nobelpreis für dieses C60 bekommen. Dann eben diese große Aufregung an eine neue Form des Kohlenstoffs. Oder eigentlich nicht bloß eine Form, es gibt ja ganz viele verschiedene Fullerene, die man alle zu neuen Festkörpern kondensieren kann. Also eigentlich eine neue Stoffklasse von Kohlenstoffverbindungen, die sich da aufgrund der Nanowissenschaften eröffnet hat. Ja, das war so ein Durchbruch. Und ja, jetzt habe ich eine Stunde 34 Minuten hier nach meiner Stoppuhr geredet. Da kann ich noch ein bisschen was rausschneiden. Da wird es kürzer, wenn ich denn das Video schneide. Aber da kommen also noch mehr solche Kohlenstoffnanostrukturen in der nächsten Doppelstunde. Und das ist schon ein faszinierendes Spielzeug für die verspielten Grundlagenforscher. Aber es hat auch konkrete technische Anwendungen heute, so viel später nach der Entdeckung. Das war's für heute. Das war's auch vor der Weihnachtspause. Ich wünsche also eine schöne Weihnachtspause. Wollen wir hoffen, dass uns die Pandemie nicht noch schlimmer wird. Sie ist schon schlimm genug im Augenblick wieder. Also im Dezember, Ende Dezember oder Mitte Dezember 2021. Aber trotzdem wünsche ich also allen frohe Weihnachten. Und wir sehen uns wieder am 7. Januar zu einer weiteren Vorlesung nochmal über Kohlenstoffnanostrukturen. Und eben, es gibt auch noch diese Nanotubes. Aber das habe ich schon erwähnt. Also, danke für diesmal und bis zum nächsten Mal.